So, jetzt aber. Leute, lasst mich mal eben frisch machen und dann geht es auch gleich schon wieder logisch. Also wir haben jetzt ganz früh, wir haben halb eins, also morgens, weil nachts wird das dunkler hier auf der Seite, das ist nämlich das Fenster. Ich war gleich. Ich mache mich eben frisch und dann bin ich da. Ja, so beginnt er natürlich dann immer. Ein bisschen, was heißt, ein bisschen, also frisch machen, ja, muss sein, das ist wichtig. Ein bisschen Fittirala machen und dann beginnt der morgendliche Wahnsinn. Im Moment bin ich ja alleine, dann ist es ja auch gar nicht mal so schlimm. Also, ein ganz großes Problem ist, ich habe keinen löslichen Kaffee. Habt ihr löslichen Kaffee gerade mal da? Ne? Ja, was heißt löslichen Kaffee? Löslicher Kaffee ist ja nicht unbedingt wichtig oder man kann ja auch anderen Kaffee machen. Ich trinke zum Beispiel ganz gerne Bruttkaffee. Sagt euch das was? Puttkaffee. Äh, mich kennt ihr nicht? Ne, das ist fein gemahlener Kaffee, also, na, türkisch Mocker, kann man so sagen, ne? Türkisch Mocker, kennt ihr das? Auch nicht, ne? Also, ist okay. Äh, fein gemahlener Kaffee und, ja, ich male noch selber. Ähm, ich male noch selber. Oh, ich bin der Meister der Pinselquälerei. Nein, Quatsch. Ähm, nein, ähm, Kaffee fein gemahlen. Und der kommt ja so in die Tasse, ohne irgendwas, ja, heiß Wasser oben drauf. Klar, man kann ihn auch noch richtig zubereiten. Dann gibt's hier so, äh, so, 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 so Kännchen hier, diese Dinger hier. So Bleche, also, so Kupferblech. Und, damit er dann auf so ein Sandbad, nicht Sintbad, sondern Sandbad erhitzt. Und, äh, darunter ist Feuer. Ja, und, äh, dann fängt das immer an zu schäumen, zu kochen. Und dann ist es so langsam gut, ne? Ah, Ars Cekale, würde ich dann sagen. Also, Ars Cekale, wenig Zucker. Ob türkisch ist das? Das ist türkisch, ne? Ja. So, jetzt muss ich aber hier weitermachen. Sonst, äh, wird das nix. Sonst wird das nix mit uns. Trinkst du auch einen Kaffee mit, ja, ne? Gut. Wenn die Hütte anfängt, schön zu duften nach Kaffee und, ah, das ist doch herrlich. Da hat man, da hat man auch alles, was, alles, was man so braucht am Tag, ne? Wenn der, wenn der Kaffee so morgens, boah, ich könnte ohne nicht, ja. Ja. Für den normalen Filterkaffee muss das nicht so sehr fein sein. Na, was hatte ich denn gestern gehabt, zwei Löffel. Ja, ihr bekommt ja gleich, ihr müsst auch mal lernen zu warten. Bei mir ist auch nicht der Kaffee gleich fertig, wenn nicht die Treppe runterkommt. Also ne, die Katzen. So zanken sie sich dann immer, ne? Aber wenn sie was zu fressen kriegen, alle mit 5 Köpfe, bam, alles in einen Fressnapf, ne? Das geht, ja, das funktioniert dann. Da kann man halt miteinander aushalten. Ach, der Löffel wird ja hier rein. So, wer ist da rein? So. Zack. So. Ich denke, das reicht. Ich mache, also nicht wundern, ich mache mir jetzt gleich sofort schon, ähm, Milch und Zucker hier, äh, in die Kaffeekanne rein. Warum macht der das, der Onkel? Ja, ähm, ja, weil ich bin, die Kaffee kann ich mir nach oben nehmen und, äh, da kann ich dann, ja, mir das Stötter tragen von Zucker und, äh, Milch nach oben sparen, ne? Guck mal, ihr habt doch auch schon mal so trockene Milch, ne? Ist gut. Ist wirklich gut. Also, kann man, kann man, äh, ähm, ähm, Babys geben, ne? Trockene Milch, so, trocken. Ähm, und dann brauchst du beim Wickeln einfach nur noch abstauben. So trocken ist die. Ne, Quatsch. Scherz, ne? Ich habe Kinder gerne, also nicht, dass ihr meint, ich wäre mit so einem Problem damit. Ne, ne, warte, ich habe jetzt hier ein Messer und jetzt gehe ich hier und mache hier einen kleinen Schnitti rein, ne? Guck. Dann mache ich jetzt hier so ein, siehste, gut, ne? Bin schlau. Und dann kannst du gleich so ausschütten. Wie so, wie flüssige Milch. Jetzt hat das Ding ja hier oben, guck mal, in der Mitte so ein Kleber. Weißt du? Klebt. Und diesen Schnippi, den gehst du jetzt dem Klebs, den da drauf. Ja? Ja, Mann doch. Ja, warte, ne. Weil, jetzt kannst du so ausschütten, ausgießen. Als wenn du den Deckel wegschmeißt im Moment. Ja? Ähm. Und dann hast du hier den Kleber. Und wenn du den Deckel jetzt drauf machst, dann reißt du dann praktisch das Weiße irgendwann auch ab. So. Äh. Äh. Ja, das ist jetzt einfach nur so. Pfff. Das braucht er nicht. Das können da nichts mit anfangen. Ja? Jetzt kann ich jetzt einfach so, guck mal. Ich kann euch ja mal, äh, zeigen, ne? So. Hier, guck. Das kannst du nämlich hier so, siehst du denn? Ah. Ne? Zack. Fertig. Und hier, da kommen jetzt noch ein paar so Süßstoffperlis rein. Zack. Geschichte erledigt. Na? Ist der Mann schlau? Hat der aber auch den Kasten? Nein. Das Problem ist einfach nur, ich hab, äh, ich pass super auf, ne? Ich hör mir das alles an und was die Leute so zu erzählen haben. Und ihre Tipps und Ideen und so. Ich glaub, die beste Idee, bevor die mir die Füße abbeißen und, äh, ich immer kleiner werde und das Stativ einrollen darf, fütter ich mal lieber die Katzen, ne? Ja, ich bin ja schon da, die Rettung naht. Ja. Seid ihr denn alle da? Eins, drei, vier, fünf. Hier. Fünf Katzenköpfe da. Ja, lasst mich ja auch erstmal da dran, ne? Ja, nein. Ich muss... Hallo? Oh. Das schönste, ne? Mit den Köpfen schon gleich im Fresslauf rein. Ja? Dann bist du die Dose am leer machen. Ja? Und wo landet das? Als Scheitel, ne? Sancho-Futter als Mittel-Scheitel. Oh, oh. Als Haarfestiger. Ne, Quatsch. Ach, ja. Na, so ist das eben hier bei uns. Er ist spaßig oder auch nicht. Tja. So. Ach, ja. Ich fühl mich noch nicht so gut, ne? Ja, warum steht der Mann erst um halb eins auf? Ja, jetzt haben wir schon 20 vor eins. Wahnsinn. Äh, ja. Äh, ja. Warum macht der das? Ähm. Ja, ich muss immer so diese doofen Tabletten nehmen. Das ist doofe Tabletten. Und dann häng ich beispielsweise abends noch spät in der Nacht. Bin noch einen Film am, äh, fertig machen. Ja, und ja, solche Sachen eben alle, ne? Äh. Äh. Und dann bin ich so zwei Uhr und hab ich dann noch ein Spiel, was ich da eben noch fertig machen muss. Äh. Weil das... Ich weiß nicht warum. Ja, dieses... Dieses, wie heißt das? Elbena. Elbena. Warum muss mitten in der Nacht, muss das dann... Das dieses, äh, Spiel... Ja, eigentlich könnte ich jetzt... Aber dann hab ich halt weniger Zeit, ne? Alles Skorps wie gesprungen, alles Kacke. Alles... Alles Scheibenkleister. So. Jetzt gieße ich das Pulver nur eben mal nass. So. Nur eben nass gießen. Ach so, oh, ganz wichtig. Gehört immer so ein bisschen Salz da rein. So. Macht ihr halt auch. Ich hab immer so ein bisschen grobes Meersalz. Oder Salz allgemein. Kommt immer in den Filter mit drin. Ja, und äh. Das ist dann gut. Das reduziert so ein bisschen die Kaffeesäure. So. Immer so ein bisschen mehr. Äh. Das mit dem bisschen mehr kann ich euch kurz erklären. Weil wenn ihr jetzt ziemlich mal den, ähm, voll gießt. Dann plödert das überall. Also der Kaffeepulver, ne? Und das Wasser jetzt nicht. Und das Gesamte auch nicht. Sondern der Kaffee, das plödert jetzt überall richtig rum. So bildet sich jetzt, sag ich mal, so eine kleine Schutzmauer. Oder so eine Schicht. Ja, klingt jetzt besser. Eine Schicht um den Papierfilter. Also hier dieses von Tante Melitta. Ja. Ähm. Dann war das nicht die Frau von... Ne. Quatsch. Auf jeden Fall. Und ähm. Ja, da kannst du, äh. Dann bleibt das hier schön an der Seite hängen. Und das geht dann immer höher. Immer so ein bisschen. So in der Mitte so ein bisschen. Und leicht drehen. Ja, ich weiß. Ich bin da nicht richtig mit. Ja, da gibt es Kaffee Summeleas. Oder wie die heißen die Jungs? Summeleas. Äh. Oder Saumleas. Kann ja auch sein. Ja, die heißen so irgendwie haben komischen Namen. Ja. So. Und. Dann auch nicht mehr großartig schütteln. Dann läuft das hier unten. Oh, siehste. Oh, es dröppelt. Kannst du das sehen? Guck mal. Guck mal. Kannst, kannst gucken? Kannst gucken, ne? So. Siehste. Und das Wasser, das lasse ich immer auf eine gewisse Temperatur, dass das so ungefähr fast am Kochen ist. Ne. So. Guck. Wieder ein bisschen mehr. Und jetzt dröppelt das noch mehr, mehr. Ja. Wie gesagt. Ähm. Ähm. Das Salz, mehr Salz. Ihr könnt auch feines Salz dabei machen. Da kommt es ja gar nicht drauf an. Äh. Äh. Das ist, ähm. Wie gesagt. Die Säure vom Kaffee wird dadurch gemindert. Oder leicht ja unterdrückt oder so. Ja. Salz hat sowieso so komische Möglichkeiten, die wir gar nicht kennen. Wenn du zum Beispiel, äh. Äh. Ja. Ins Badewasser zum Beispiel. Och. Herrlich, ne? Meerwasser. So ein Meerwasserbad. Ist doch eigentlich was Feines. Ja. Ich hätte mal im Krankenhaus, hatte mir mal einer mir so ein Bad eingelassen. Sagt er, ich hab hier was von meiner Frau. Ich sag, der Pfleger, ne? Richtig netten war das. Wie von. Ja. Ja. Die vertretet so. Die verkauft sowas. Ja. Ah. Das ist interessant. Ähm. Und. Ich sag, was haben wir denn da schönes? Ja. Ich hab da Honig. Ich hab da ein paar Becher Honig. Ja. In so einem Plastikbecher hat er das reingemacht. Äh. Ein paar Döschen von dem Honig. Die wir haben hier immer auf dem Tablett. Und. Äh. Wir hatten dann noch Öl. Hat er da Öl noch mit beigetan. Und dann hat er aber, was die Frau ja vertritt, das war ja dieses. So ein Duftöl. So ein Badezusatz Duftöl. Und. Sag ich. Was ich hier denn gerne für einen Duft hätte. Oh. Sag ich. Weiß ich gar nicht. Ah. Sag ich. Hier. Das kann ich empfehlen. Und dann hat er mir Kastanien. Ich weiß nicht. Äh. Ob das jetzt aus der Kastanie selber. Oder aus den Blüten. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er mir Kastanienduftöl da reingemacht. Ja. Und dann hat er das ins Bad so gegeben. Und sagt er so. Und jetzt müssen sie halt nur aufpassen. Äh. Mit dem Öl ist das sehr rutschig. Ich sag. Oh Gott. Okay. Ja. Also das. Mit Herz. Und so. Damals. Da musste ich aufpassen. So ein bisschen. drin. Aber ich hab's überlebt. das hört. Ja. Ich bin heute noch hier. Ja. Ja. Ich bin ja heute noch hier. Und wieder am meckern mit euch. Nein. Ich meckere nicht mit euch. Nein. Ich meckere überhaupt nicht so gerne. Meckern ist schäbig. Meckern ist doof. Ja. Da hat er meine ganze Sache nur rummeckert. Ja. Es gibt so Cholerika. Ah. Leute. Die hab ich gepressen. Einer bekommt. Einer so einen Fettigen. Der kommt ja aus Schmörs. Andere Reinseite hier. Boah. Der ist ja auch im Fernsehen immer. Ne. Leute. Ja. Also. Ich hätte mich sofort von dem scheiden lassen. Glaub mir. Das ist ein Pimmelmann mit. Entschuldigung. Ein Pimmelmann. Mit Hut. Ist das. So. Ja. Ich sag jetzt keine Namen. Also. Gagga oder was. Der hätte ich mich scheiden lassen. Und glaub mir. Der wäre so klein geworden mit Hut. Wisst ihr warum? Weil das nämlich einer ist. Der schreit dich an. Der macht dich nieder. Der macht dich fertig. Ja. Und brauch eigentlich. Nur deine Hilfe. Ohne. Dein Dabeisein. Überlebt der Mann überhaupt nicht. Das schafft der gar nicht. Weißt du. Das sind so. Ähm. Ja. Mit narzisstischen. Also. Nazi. Das meine ich gar nicht. Narzisstisch. Wie die Blume. Narzisse. Ja. Ähm. Weil es gab ja mal diesen. Diesen. Menschen da. Narzisst. Ja. Ich weiß gar nicht. Also so. Nippelungensagen. Kram da. Glaub ich. Und. Der hatte. Äh. Im. See. Im. Teich. Ja. Hatte seinen Antlitz gesehen. Und so. Ah. Bin ich schön. Ja. So einer. Das meine ich. Nicht dass er mich mal falsch versteht. Dass er mich mal falsch versteht. Ne. Also. Weil da. Da muss ich den stark differenzieren. Also auseinander halten. Ja. Ah. Das muss ich hier gucken. Ja. So. Ich muss erst den Filter. Äh. Guck. Ist gleich. Ist gleich. Fast voll. Ne. Kann man das erkennen. Ja. Und diese Menschen. Boah. Kann ich nicht ab. Ne. Boah. Gehen die mir am Sack. Boah. Wenn. Wenn. Sinnlos rumgeschreien. So. 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 Manchmal so sinnfreie Menschen. Menschen. Die du gar nicht brauchst. So. Und das sind so. Narzissten. Ja. Ich hätte auch ein. Äh. Wir hatten auch. Jemanden. Äh. Kennengelernt. Und da hat sich das hinterher auch rausgestellt. Narzisst. Ja. Und. Ähm. Auf solche Menschen kann ich nicht. Der hat jetzt mal nicht rumgeschrien. Und mal einig. Ja. Aber das war überhaupt. Rumgeschrien schon. Ne. Hat ja auch rumgekloppt. Weil wenn man die nicht beachtet oder so. Das ist ganz schlecht für solche Menschen. Die wollen Beachtung haben. Die wollen. Im Mittelpunkt stehen. Ja. Die machen dir dein Leben kaputt. Die zerstören deinen äh. Deinen Freundeskreis. Die erklären den Freunden. Ja. Also wenn es um eine Frau geht. Die mit so einem Narzissten zusammen. Also äh. 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 Ludmilla fühlt sich nicht so gut. Sie ist halt ein bisschen. Ja. Und dann sagt sie irgendwas Falsches. Siehste. Ich hab ja gesagt. Ludmilla ist schlecht drauf. Also. Wundert euch nicht. So. Dann baut der Narzisst deine Freundschaft kaputt. Er baut nicht auf. Nein. Er baut sie kaputt. Ja. Und Leute. Und da müsst ihr. Auf sowas müsst ihr achten. Weil das sind keine Menschen. Das sind äh. Das sind äh. Meine Lieblingstassen. Auch. Ich hab viele Lieblingstassen. Ich hab hier. Ich hab hier. Die hier. Hab ich von Pux gekriegt. Die hab ich mir in Türkei gekauft. Wir kaufen immer so. Wenn wir in den Hotels sind. Dann gehen wir am selben Tag noch los. Und dann kaufen wir uns. Tassen. Weil die Hoteltassen. Die sind immer etwas kleiner. Oder viel kleiner. Ja. Und wenn du da so einen Kaffee bestellt hast. Also Kaffee nimmst. Dann hast du da. Äh. Sag mal. Äh. Die nimmst. Ähm. Ja. Bin ich drin. So. Das ist jetzt so. Die Tasse. Die hab ich von Küken bekommen. So. Ich hab jetzt hier. Den Kaffee fertig. Ich will hoffen, dass er stark genug ist. Und wenn du mich noch ein bisschen. Aus der Pantoffel hebt. Den Deckel drauf nehmst. Machen. Ja. Äh. Das ist jetzt hier so. Mein morgendlicher Tanz. Ja. Äh. Und das mach ich dann immer so. Ganz gerne so. Ne. So. Mal morgens einfach nur mal hier so rumstehen. Ich schütte mir jetzt mal eben grad ein Wort Kaffee ein. Weil. Kaffee den braue ich. Ist wirklich wahr. Also wenn ich morgens aufstehe und. Ähm. Ja. Ich weiß nicht. Oh. Dann könnte ich gleich doof spielen. Dann werd ich sauer. Und und und. Oh. Und. Morgenmuffel. Ja. Ja. Richtig. Habt da recht. Ja. Morgenmuffel. Ja. Dann sind wir eben ganz kurz. Ja. Bisschen dünn. Ja. Also. Da muss ich schon ein bisschen. Da muss ich vielleicht den. Die Kaffeemühle komplett da rein machen. Und ich fast. Auch fast voll bin. Ja. Ich berechne grad hier. Äh. Für die nix. Weil ich hab jetzt hier so ne kleine Kanne. Ja. Bin herzlich. Ich hab auch ne große Kanne. Da ist glaube ich ein Liter drin. Oder so. Und hier ist so. Kein. Das ist für den. Für den Sensemann. Für das Sensemann Gerät. Äh. Die kann man da drunter machen. Und dann. Blum. 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 Dann läuft das immer so nach und nach. Kommt da was raus. Ja. 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 Ist aber. Hier man so ne. Guck mal. Jetzt hab ich noch. Jetzt hatte man auch noch Hunger. Warum hatte man Hunger. Äh. Äh. Das will ich aber da nicht dran kleben haben. So. Warum hatte man Hunger. Ja. Das sieht aus wie ein Geist. Ne. Guck mal. Hier da. Ne da. Ja. Ja. Das. Das bin ich selber. Guck mal. Blum. 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 Und dann kommen die. Wie heißen die. Nicht die Urbexer. Die anderen. Die kommen dann an. Und sagen. Oh. Siehste. Da ist ein Geist. Guck mal. Ich äh. Pack da immer eins. Nochmal extra ein. Ich hab jetzt hier so ein Brot drin. So zwei Scheiben Brot. Oder drei Scheiben Brot sind da noch. Ja. Und. Äh. Äh. Ja. Dieses. Äh. Ich pack das nochmal extra ein. Ach komm. Das sind drei Scheiben. Die schab ich schon. Wenn nicht hab ich meine Katzen. Meine Katzen fressen wir auch immer. Nein. Ich pack das aber immer gerne doppelt ein. Hier. Da waren die Brioche drin. So ein Brioche Brot. Ähm. Weil hier. In der normalen Tüte sind Löcher drin. Ja. Ist okay. Kann ja leicht da drin sein. Das ist ja. Das ist ja. Irgendwie muss das Brot ja atmen. Ja. Und. Ähm. Aber dann dadurch trocknet das auch sehr schnell aus. Und wenn du das irgendwo hinlegst. wo vielleicht nicht sauber ist. Oder da ist ein Krümel von irgendwas anderem. Oder das wird dann halt infiziert durch eine Fliege. Wie auch immer. Die sich dann halt durch das Loch. Und dann. Ah. Ich beiß jetzt mal da rein. Ja. Und die hat den Mund die. Ne. Also nicht sauber oder so. Äh. Dann hast du da ruckzuck Schimmel dran. Ja. Und dann mach ich halt eben zwei Tüten drüber. Dann ist es ein bisschen sicherer. So. Ja. Ich muss gleich noch das Brett. Muss ich gleich noch mal. Überpinseln. Jetzt habe ich immer noch keine Butter. Ja. Doch. Butter habe ich schon. Die Butterstülpe. Ah. Muss ich euch mal wieder rüber tragen. Ja. Die Butterstülpe habe ich hier. Aber der Deckel. Wo ist der Deckel jetzt? Ah. Da bist du. So. Ich tue mal eben die Kochbütte im Schrank. Ne. So. Ich tue mal eben die Kochbütte im Schrank. So. Kann es ja aus. So. Jetzt habe ich die Butter. Und diese. Aua. Ah. Schön langsam Herr Doktor. Im Liegen geht es. Ne. Also ich habe jetzt hier. Wie gesagt. Ich habe hier so. Ja. Das ist so. Butter untere. Ne. Und das ist jetzt so. Insgesamt. So. Butterstülpe. Sagt man so. Stülpe. Jetzt nicht wie beim Fußball. Ne. Die. Diese Socken ohne Fuß. Ja. Wo der Fuß. Wo die Füße immer durchfallen. Jetzt sind Stülpen. Ne. Also. Obwohl ich die bei manchen eigentlich ganz sexy finde. So. Ah. So. Ich muss jetzt mal die Butter hier. Entjungfern. Zack. Butter ist gut. Also ich finde Butter lecker. Ne. Ich esse aber auch genauso. Äh. Ja. Betzel. Ha. Betzel. Ja. Also. Diese angebliche Diät Butter. Ne. Die esse ich auch. Diese. Ne. Oder. Sannoli. Oder. Ramadama. Essig. Mach ich auch. Ist auch in Ordnung. Ne. Also ich bin nicht so empfindlich. Aber Butter soll ja gesund sein. Ne. Das soll ja für irgendwas gut sein. Ich weiß jetzt nicht für was. Nein. Aber. Äh. Schauen wir mal. Hast du einen Kaffee leer? Wolltest du noch einen? Ne. Ne. Hast du genug? Der ist zu dünn. Ne. Ja. Prost. Aber der setzt sich gleich noch. Da kommt noch was. Oh. Da kommt noch was. Ja. Wie gesagt. Ich hab. Normal hab ich immer löstlichen Kaffee morgens so. Wenn Besuch kommt natürlich richtig gut gefiltert in die große Kanne. Ja. Ja. Ist. Ist in Ordnung. Zucker ist auch genug drin. Ach. Ich. Kennt ihr das auch mit der Butter? Ja. Ja. Butter. Und dann. Ähm. Hier. Äh. Auf dem. frischen Brot. Ja. Lecker. Ja. Lecker. Lecker. Aber wenn die so hart ist und aus dem Kühlschrank kommt. Ja. Es gibt auch die streichelige. Die streichel Butter. Aber wisst ihr. Die streichel Butter. Da lasst ihr euch zum Beispiel auch wieder gerne verarschen. Das ist jetzt die richtige Butter. Ja. Äh. Reine Butter. Wenn der so drauf steht mit Rapsöl. Äh. Ne. Streichzart steht drauf. Von vorne steht ganz groß Streichzart drauf. Dann sagt ihr. Oh. Die kann ich ja im Kühlschrank lassen. Und dann kann ich sie sofort. Ja. Aber da ist dann nur noch die Hälfte. Ja. Die Hälfte richtige Butter dran. Ja. Und. Oder. Vielleicht nur 40 Prozent. Oder 60 Prozent. Oder wie auch immer. Ja. Da müsst ihr mal genau drauf gucken. Und. Das wissen ja auch nicht so viele. Die. Die sagen. Oh. Die ist streichel. Nein. Das ist Rapsöl. Rapsöl ist eins der billigsten Öle. Die wir kriegen können. Ja. Es sei denn wir haben Corona. Dann steigt der Preis ins Unermessliche mit Rapsöl. Ja. Ich hab da immer beobachtet. Äh. Ich sag. Mein Gott. Ist das krank. Ja. Das war jetzt nicht die Herkunft. Also das ist mir jetzt scheißegal. Also nein. Nein. Ich sag halt auch so wie es ist. Ähm. Aber das war eine Familie türkischer Herkunft. Die sind alle einzeln rein. In den Laden. Und griffen sich. Da durfte man glaube ich. Das war mal ganz brisant. Gerade mit Corona. Ich kann nur eine Flasche Öl oder so mitnehmen. Was jetzt. Und die Familie. Tag. 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 Ich sage zu der Kassierin, ich sage, hör mal, weißt du eigentlich, dass die jetzt hier schon zum vierten Mal reinmarschiert sind und das Öl hier nimmt? Ja, da kann ich nichts machen. Ich sage, doch, du kannst das sagen. Du kannst sagen, dass das nicht schön ist. Da habe ich mich umgedreht. Ich sage, Familie Ötschewötsch, oder wie sie auch immer alle heißen, ja, ich finde, dass als Kunde, der ich gerade auch Öl brauchte, jetzt nicht mehr da ist, finde ich das toll, dass sie alles so mitgenommen haben. Schön, schönen Dank. Ja, ich habe da eine richtige Ansage gemacht. Die Leute, die standen da mit Maske, du konntest ja kaum die Mimik sehen. Ja, und du, das hätten Leute sein können, ja, aus meiner Nachbarschaft, da hätte ich das gemacht. Also, Deutsch von mir aus, ja, nein, ich bin nicht rassistisch, überhaupt nicht. Ich lerne ja auch Türkisch, also, ich koche ja auch Türkisch und ich fahre da täglich hin. Also, ich sehe, jährlich, aber mindestens einmal im Jahr fahre ich in die Türkei, fliege, nein, ich fliege. Also, wollen wir keine Nachsagen, ich nicht. Aber da ist mir der Mensch egal, wo er herkommt, ja, weil eine Flasche pro Einkauf oder so war das, glaube ich, ja, die Brutto hat halt nicht so viel in meine Regale. Und manchmal bist du froh, wenn du da einen ganzen Karton kriegen könntest, wenn du zum Beispiel jetzt ein großes Fest hast und du brauchst jetzt viel Fett, weil du Berliner Ballen oder was machen möchtest. Und die müssen ja nun mal in Fett schwimmen, wenn sie gebacken werden. Und dann bist du froh, wenn du da überhaupt noch was findest, ne. Ja, also, so, was mache ich mir denn da jetzt Schönes drauf? Ich mache mir ja immer gern was drauf. Ah, nee, warte mal. Die Butter, die stelle ich jetzt, ich stelle die immer so hier so in so einen Schrank rein. Hier ist so das ganze Porzellan drin. Das tausche ich immer aus, je nach Muster. Ich habe nicht immer gern dasselbe, jahrelang. Und dann gehe ich dann immer hin und tausche das schon einfach mal so aus, ne. Ich bin schon frech. Frech austauschend. Oh, muss ich ganz langsam runter. Butterkäse habe ich schon mal da. Aber das hatten wir ja, ich habe hier noch so eine Auswahl an Scheibenwurst. Was nehme ich denn Schönes? Am allerbesten, mögt ihr das auch? Am allerliebsten ist Salami auf dem Brot, oder? Salami. Oh, Katzen, lecker. Mhh, lecker. Wo seid ihr denn jetzt? Jetzt seid ihr alle satt. Ihr habt alle gefressen wie der Diable. Jetzt seid ihr alle weg. Und jetzt, wo die Wurst mir runterfällt, kommt keiner um die Ecke. Ah. Ja, also wie gesagt, mal eben kurz. Mariechen saß weinend im Garten. Kennt ihr das? Mariechen saß weinend im Garten. Daneben lag schlummernd ihr Kind. Und, so, mal schön verschlossen machen. Ich habe hier noch Käse. Ich habe hier so, ich habe hier so eine gemischt Warenkiste Käse. Und der hier, der ist nicht nur rot eingepackt, der ist auch gefährlich. Nein, der ist nicht gefährlich. Och, das meine ich. Mhh. Aber ich liebe diesen Käse. Und den werde ich jetzt auch brauchen. So, das ist auch gleich was für den Garten. Guck mal. Das fühlt sich jetzt an wie Papier, ne? Aber das ist schon so ein Zweischichtsystem. Wißt du, da ist Papier dran. Ja, hier kannst du so auseinanderzuppeln. Und das ist hier wirklich Plastik. Warum, warum machen die das? Warum? Was soll das? Ja, mich geht das furchtbar am Senkel. Ähm, wenn sowas, ja so ein Verbundstoff, ja, wie Tetra-Kack. Tetra-Kack. Komm her, Schatz, komm her. Komm her, lecker. Charlie, komm her. Nicht Charlie, hier, lecker. Charlie. Da. Ja, da. Ja, da. Hunger. Hunger. Da kann er sogar... Ja, siehst du? Ha, 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 ha. Siehst du, was blöd? Ich sag Charlie. Charlie ist unser Draußen-Kater, der hauptsächlich nur draußen auffällt. Und, äh, dem wollte ich jetzt eigentlich die Wurst gönnen. Die Scheibe. So, jetzt komm ich da, aber sie war nicht mehr hier so dran, ne? Dankeschön. Äh, aber was war er denn jetzt? Ich wollte hier irgendwas Wichtiges, total Wichtiges, wollte ich mit euch bequatschen noch. Oh, das Gurkenklas. Das ist doch leer, das kann man doch im Altglas. So, ähm, nein, ich mach jetzt den Käse da drauf, äh, und dann, äh, lecker, 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 mh, ich versuch das gerade mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ja, und dann kommen die Katzen dazwischen. Kennt man, ne? Ja, das ist so normal. Katzen, Katzen, für die, für die, für die, für die Katzen bist du ja nur ein Dosenöffner. Den bist du sowas von egal. Aber Leute, sowas. Ah, ich hab hier noch so Schimmelkäse. Auch gut. Den kann ich dann auf der anderen Hälfte noch machen. Dann ist die doppel voll. Ja, äh, ich mag so, ich mag so verrückte Käsesorten, ne? Ähm, aber ich mag nicht diesen Käse. Er kommt aus, aus Italien. Das hab ich, glaub ich, schon mal in einer Sendung gebracht. Ach, nee, das ist mit Pilze. Ah, ich, das ist gar kein Schimmelkäse. Entschuldigung. Ich hatte mal, ich bin, ich bin kein Fan von Käse, wo da irgendwas drin ist. Ja, ähm, dieser angebliche Käse mit Schinken drin. Also, ganz bestimmt nicht. Nee. Also, da krieg ich kotzen. Tut mir ehrlich leid. Aber das ist kein Käse, das ist ein Pseudokäse. Das ist irgendeine Öl-Milch-Pump-Mischung. Ja, irgendwie so eine liquide Mischung, die dann, äh, zu Käse irgendwann mal sich breitschlagen lässt. Ja. Und, muss ich ja bemerken. Warum ist das immer so? So, jetzt ist es besser. Ähm, äh, ja, ähm, boah, mit Käse, mit Schinken da drin. Oder mit Kräutern. Nee, ja, bei manchen Käsesorten muss es ja, ne. Das Brissot, ne, Brissot. Ne, dieses französische Brissot. Ja, dann ist es Frischkäse. Obwohl Frischkäse, kann ich euch ja auch zeigen, konnte alles selber machen. Na, also. Ah, ich muss das jetzt mal wieder verstauen hier. Ja, ach ja, das ist aber irgendeine Idee. Ich wollte heute eigentlich Fisch machen. Ähm, einfach nur für heute Abend, warte mal, hier, Fisch. Da habe ich schon extra, guck mal, so Bückling. Hering, das ist so, äh, so ein Hering, äh, in Öl, geräuchert. Lecker. Und dann hatte ich jetzt hier so mit Paprika, ne. Kann ich jetzt gar nicht hören. Ne, lesen. Tomatencreme. So, äh, einfach, einfach aufs Brot. Lecker, Leute. Das ist doch lecker, 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 lecker. Ja. Ähm, ach so. Warte mal. Kati. Da ist er. Da ist er, ne. Kleines Eimer können. Und den brauche ich jetzt auch gleich. Also, ich brauche für, also so ein Sender. Senf brauche ich für, ja, so anderthalb, zwei Dübbelküß, Bütterküßstullen, ja, brauche ich so, oh, eine ganze Tube Senf. Ich esse unwahrscheinlich viel gerne Senf. Gerne viel. Viel gerne Senf. Ja, ist egal. Äh, wir sind hier international, da können wir auch so reden. Nein, Quatsch mit Soße. Äh, ich, ähm, nehm gerne Senf, oder, ja, weil ich mal irgendwo gehört habe, äh, diese Senf, äh, ähm, Senf, äh, äh, da sind Öle drin, Senföle, und die wären gut gegen Krebs. Ja. Ja, ob ich, sagen wir mal, sterbe oder nicht, das weiß ich noch nicht, ne. Äh, oder vielleicht da, wo die Tube Senf, vielleicht sollte ich mich auch einmassieren, damit kriege ich wenigstens schon mal keine Hautkrebs. Nein, Leute, macht jetzt so einen Quatsch nicht, aber es ist Senf, also ich weiß, ihr müsst nicht Senf, ihr könnt auch Ketchup, ne, aber hat nicht die Wirkung. Prost. Ah, ja, so. Ja, ich muss morgens immer, muss ich immer, ähm, oder abends natürlich auch, muss ich meine Tabletten immer nehmen, ja, und, ähm, wenn ich jetzt da die Tabletten nur so, ne, dann ohne Unterlage, das ist zu gefährlich. Ja, macht ihr auch den Fehler nicht, ja, äh, und nehmt eure Tabletten immer ohne vorher was gegessen zu haben, äh, genauso rate ich und warne ich davor, ja, ja, diese, gleich geht's los! Ah, fein! Äh, wir kaufen alles in Doppelpack! Ja, weißt du, diese Achterbahn-Geschichte, da, da sind ja, jetzt sind's schon drei, jetzt haben wir schon drei, Dreilinge, ja, das sind so Zwillinge und die verkaufen irgendwelche Drogen, da, Medikamente und so, ähm, die zeigen dann immer, ohne Wasser, oh, kann man ohne Wasser einnehmen, ja, die sprechen ja halt so kurbisch, ne, ähm, warum ohne Wasser, Leute, da drauf steht, genügend Wasser hinterher trinken, äh, danach, nachtrinken, einnehmen, also einnehmen, Wasser, das steht drauf, ja, aber du kannst das ja auch direkt vor der Achterbahntreppe da, wo du da hochlaufen musst, um auf die Achterbahn zu kommen, da kannst du, musst du, kannst du da so, so Pulver oder irgendwie so, und Drops, und auf die Zunge legen, so was alles, so ein Scheiß gibt es alles, ja, super saumäßig gefährlich, glaubt noch keiner, ja, ihr zerreißt euch den Magen damit, ja, ihr habt ihr, perforiert euch eure Gedärme, ja, und irgendwann, oh, ich kann jetzt meine Gieß, kann jetzt Kaffee trinken und innen drin, überall kommt was raus, ne, ja, ich weiß nicht, ob ich alles so richtig mache, ja, aber wie gesagt, das, was ich kann, na, das, wo ich sagen kann, ich versuche selber so ein bisschen, na, weißt du, da, äh, sieht die Sache anders aus, da bin ich aber auch dann dabei, ja, ich nehme euch jetzt mal mit hierhin, äh, so, ich, ihr seid jetzt so auf mich herabblickend, ja, ja, ihr wolltet, ihr wolltet ja gerne dabei sein, wenn ich frühstücke, hab ich mir schon irgendwo so sagen lassen, ne, so, weil das frühstücken, ja, das ist mir so ein Spätstücken, aber, 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 aber ja, warum hat das jetzt, da war eine Meldung, Meldung, Alexa, was hast du für Probleme? Ganz unter uns, manchmal happert's bei dem Verstehen der einfachsten Fragen, aber ich bitte um Verschwedenheit. Ja, dann rede, achso, ach nee, Alexa, möchtest du auch eine Tasse Kaffee? Fühl mich nur Saft direkt aus der Leitung, bitte. Nun, das ist aber nett, ich möchte nur Saft, weil das ist denn nichts hier passiert. Huch, so, jetzt zurückschieben, Saft direkt aus der Leitung, bitte, oh, achja, wie brauche ich ja nur Saft, was habt ihr denn da, spielt ihr nur, das ist in Ordnung, ja, also, ich bin jetzt, ah, oh, so, jetzt bin ich auch da, ich bin ja ein bisschen unterbelichtet, ne, mal gucken, wie das ist mit viel Licht, ich hab ein paar Blühbirnen, ich hab manchmal in Unkosten geschmissen, ja, da sollst du, da sollst du Sparbiern, sollst du dann anschaffen, die Sparbiern, die kosten ein Stück Euro, äh, 7 Euro als Stück, ja, äh, Sparbiern, Sparbiern, ja, so, ja, ich hab, wie gesagt, die Wurst, ne Käse esse ich, diesen Käse, nein, da kommt kein Senf drauf, wenn ich so, schon mal so, 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 so österreichischen Käse hab, da mach' ich das halt wichtigste morgens, habt ihr auch so morgens so Rituale, mhm, ihr müsst Kaffee haben, oder nein, vielleicht mehr Tee, Küken zum Beispiel, da weiß ich nie, also da kann ich zum Beispiel nie eine Tasse Tee vorbereiten, hab ich letztes Mal gemacht, dann trinkst du mal gern so einen löslichen, aber du, ganz ehrlich, ich könnte morgens nicht aus dem Haus, wenn ich keinen Kaffee hab, ne, ah, da ist der Tag für mich sofort kaputt, da wär der Tag sofort schon beendet, hm, nein, ich hab' ein Paket bestellt, ich guck' nochmal kurz, Moment, Alexa, nenne mir deine Benachrichtigung, eine neue Benachrichtigung, eine Lieferung, eine Lieferung trifft heute ein, wo ist meine Bestellung, kann man auch drauf tippen, wo ist mein, hallo, geht da, ach so, äh, trifft heute ein, wann hat, ach so, das ist alt, man geht gar nicht, Alexa, 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 wo ist meine Bestellung, für Daniel, Haarfarbe und zwei weitere Artikel sollten heute bis 10 Uhr PM ankommen, ach, Stiefel und ein weiterer Artikel sollten bis Samstag ankommen, Hosen ist unterwegs, toll, Hosen, Stiefel, Haarfarbe, noch niemals für mich, man, bin sauer, die haben immer Weihnachten, die haben jeden Tag, bald haben die Weihnachten, ne, immer bestellen die irgendwas, ist ja auch egal, sollen sie, ist ja schön, ja, ähm, aber da haben sie dies, Post-Auto, vielleicht war er auch schon da, hm, 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 na, ja, von der, von der Paket, Paketdienst, Paketdienst, das sind ja auch so Fachleute, ob das jetzt Paket oder ob das Postbrief irgendwas ist, das sind ja auch so Fachmänner. Boah, ja dann, da hatten wir mal so einen Zettel, so einen Paketzettel, wir konnten da nichts draus erziffern, wir konnten da, das war Sanskrit oder Russisch rückwärts oder, keine Ahnung. Irgendwo mit, Herr Müller liegt, unterm, weiß ich nicht, Auto, ja, das ist ein bisschen rausgegangen, schnell geguckt bei mir, da stand ja da in der Parklücke, das war ja, ist da gar nicht gefahren. Ja, da habe ich dann noch jemand anders, habe ich Niki gefragt, ne, muss man gerade noch hören, auf jeden Fall, will weiter, und dann kamen wir dann auf die Idee, Auto, Roller. Ja, Auto, Roller ist natürlich fast identisch, ne, einer hat zwei Räder und einer hat vier Räder, ne, kann man ja mal sich so vertonen mit, ne. So, und da bin ich auf die, ah, Haut, war dann die Abdeckhaube von dem Roller. Ich sage, weißt du was, geh mal unter dem Roller die Abdeckhaube gucken, wahrscheinlich da, wo die Füße immer so draufstehen. Prompt, da war es, haha, da war unser Paket. Ja, manche haben das dann in der Altpapiertonne und freuen sich natürlich dann, wenn sie das, ja, wenn die Altpapiertonne dann, äh, ja, wenn sie das nicht lesen können und das bleibt da drin und dann kommen nur alte Telefonbücher oben drauf und die Bibel und die Hochzeitsfotoalben nach Erscheidung und so, ne, wie, vor allem, die kommen dann da oben drauf und dann, äh, ist das mit weg die Bestellung, ja, äh, ja, auch toll, ne, ja, 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 ja. Hm. Hm. Leute, ich bin begeistert. Ja, also jetzt komme ich zum Senf. Jetzt komme ich zum Senf. Ja, das ist jetzt noch wenig, weil ihr guckt jetzt gerade zu. Hm. Wir haben auch Servietten. Immer schön aus dem Bad raus. Also ich freue mich schon auf den Türkei-Urlaub, ähm, weil da gehe ich wieder zu meinem Lieblingsfriseur. Ähm, die machen da alles. Petiküre, Maniküre, Hariküre, Bartiküre, alles tolle Sachen. Ja, also die pflegen dich von oben bis unten, von innen bis außen. Ja, du kriegst da Tee, du machen, die machen, die, äh, die massieren dir die Hände. Oh, oh, oh. So, wenn so Lehrlinge da sind, ja, müssen die rechts und links sitzen und du hältst dann die Hände so wie so ein Hündchen, so. Ha, ha, ha. Ja, dann massieren sie dir die Hände. Oh, Leute. Da geht dir einer ab, hätte ich fast gesagt. Naja, das ist nie von dem Händemassieren, ne? Ja. Also, und dann machst du Füße. Du kannst dir auch die Nase entpopeln lassen, also enthaaren. Dann, da kriegst du so eine, da kommt so ein LKW vorbei und der hat dann so Bitumen, also Asphalt, ne? So Asphalt und dann wird der so Asphalt in die Nase reingeschubst. Ha, und dann ziehen sie das hinterher mit einem so einen Ruck raus. Wer es braucht, also so sadistisch bin ich, ne, masochistisch ist das ja in dem Fall. So masochistisch bin ich nicht. Ja, dasselbe kriegst du aber auch im Gesicht. Da siehst du aus wie vom anderen Planeten, da werden die Augen nur rausgucken und alles andere ist schwarz. Und dann ziehen sie das ja so ab. Dann angeblich haben sie halt diese Ohrentwachsung. Da gibt es so Pappröhrchen. Die sind so ein bisschen zylinderisch und werden halt immer etwas dicker. Ja, und dann stecken sie sie im Ohr und auf dem anderen Ende zünden sie an. Also andersrum wäre doof, weil ist die neue Frisur schon wieder weggebrannt. Auf jeden Fall zünden sie sie auf einem anderen Ende an. Und dann gehen sie hin und dann tun die da so warten, ne, warten. Und dann halten sie das so dran fest. Total bescheuert, ne. Und dann gehen sie hin, machen sie das hinterher aus. Ja, und dann tun sie dann das Pappröhrchen auf. Ja, okay, ich bin jetzt kein Fan davon, von anderen Leuten das Ohrenschmalz sich anzugucken. Ja, zu untersuchen. Ja, tut mir leid. Ja, ist wirklich so. Also wäre ich ja Ohrenarzt geworden. Ja, so. Und dann ist dann so angeblich der Ohrenschmalz klebt dann so in einem Röhrchen. Ja, Leute. Das ist geschmolzener Bienenwachs ist das, ne. Lasst euch nicht veräppeln. Das ist der größte und der dummste Geldausgibber. Genau wie die Fische, die euch die Hornhaut abknabbern sollen. Türkei so speziell, da haben die halt immer so was, ne. Diese Saugschmerlen, ja, das sind so kleine Fischkes. Ja, und die knabbern euch die, ne, die kommen einfach nur da dran, weil die Hunger haben ohne Ende. Mehr ist da nicht. So, und helfen tun die überhaupt nicht. Ja, was sollen die an eure Placken, ja, wenn Oma Erna ihre, ihre, der war das, der, der riecht so, Oma Erna ihre Placken. Ja, äh, was sollen die Fische da abknabbern? Sollen die sich durch einen Zentimeter dicke Hornhaut ja, äh, beißen? Quatsch mit Soße. Mh, mh. Tun sie nicht. Alles dumme Geldausgiberei. Ähm, und das Familienalbum wird voll mit Kackbildern. Ja, oder? Oder wird hinter bei, ähm, bei Facebook oder so geteilt. Die teilen ja auch ihre Bratkartoffeln. Ich könnte jetzt auch genauso hier, ja, okay, obwohl, das sieht ja noch schick aus. Ne, so kleine Schnittjes und so. Oh, romantisch. Hasenbrot. Kennt ihr das Wort Hasenbrot? Ja, Hasenbrot. Da könnte man, Leute, da könnte man auch einen schönen Film draus machen. Also, ich bin ja so ein, so ein Altbacken-Film-Fan. Ich mag ja zum Beispiel unwahrscheinlich gerne DEFA-Filme, ne? Deutsche Produktion aus der ehemaligen. Ähm, das ist so sauber, so ordentlich, so anständig, nur ein Thema. Wirklich nur ein Thema haben die da. Dann geht's, aber, Fatih, ja, weißt du, so. Und, und, oder am Gartenzaun oder, oder, äh, Garten, Schreibergartenkolonie. Und, ah, das ist so romantisch. Und dann hast du da nur ein einziges, aber Fatih braucht eine Frau. Ja, dann rennen dann zwei so Jungs. Na, Jungs sind das, ja. Äh, die rennen dann da so rum und suchen sich dann eine Frau aus für einen Fatih. Und der muss ja jetzt erstmal irgendwie überredet werden. Dann müssen die zusammen mal kollidieren, also zusammentreffen. Ja, und solche Sachen. Das ist sauber, das ist, das ist ehrlich und nicht so anstrengend. Ja, heute hast du, ja, du machst einen Film an. Oh, Krimi-Film, äh, Kriminalität, irgendwas, ne? Und dann musst du erstmal in Deckung gehen, weil direkt nach dem, äh, Löwen da, macht der doch immer, ne? So, Metro-Löwe da, ne? In dem Kringelkreis da. Ja, also, dann fängt sofort die Ballerei an. Puh, 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 Puhan, Granaten, Puh, Pant Chamath, Puh, 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 Pah. Weißt du, da musst du echt in Sicherheit gehen. Da sind erstmal in den ersten drei Minuten, also der Titel, also nicht abspannen, sondern anspannen, anspannen, also der Titel ist erstmal so, ja, dann hast du, ja, 5 Minuten Zeit um dein Überleben, oder 3 Minuten vielleicht nur, ja, um dein Überleben zu sichern, du schmeißt dich dann sicherheitshalber schnell unter dem Esszimmertisch oder Wohnzimmertisch oder hinterm Sofa wenn ein Platz ist, ja, schmeißt du dich erstmal hinter und dann geht das gut, ne, dann überlebst du vielleicht diesen Start von diesem Film, ja. Furchtbar. Ich, Leute, äh, nein, und sowas gibt das alle nicht. Das gibt es in DEFA, in den guten alten DDR-Filmen gibt es sowas nicht. Ja, hab ich noch nicht erlebt. Ja, da gibt es auch hier Polizeiruf 110, ja, ja. Auch gut. Da gibt es auch noch einen Straftäter. Und das ist auch noch gereicht. Machst du fein Kackerschen in Tüpfchen? Das ist gut. Ähm, ist immer normal. Also, wir sind ja am Essen und dann wird erstmal schön so richtig ein abgeseilt, ne. Na, Charlie? Ja, aber, Böttin, ich hab dich jetzt nicht gerufen, du. Ich weiß, grad hast du deine Wurst verloren. Hm. So, jetzt halt halt bloß fest. Ja, unser Anton, der hat immer so eine ganze, so eine ganze Ecke gekriegt. Mit Brot, mit Kruste. Ja, ich hab jetzt die Kruste hier abgeschnitten. Hm. Wir haben nicht nur die Butter ablutschen, ne. Richtig auch, oder? Der hat immer komplett das ganze Brot mitge... Also, komplett gegessen. Also, der Junge gefiel mir gut. Das war ein ganz toller Kater. Der war Knorke. Na. Dann war mir aber tot. Und dann Ja, ihr müsst das Brot mitessen. Die Butter ist alles abgelutscht. Mann. Wie gefiel hab ich eigentlich mein letzter Film? Der ging so ein bisschen weiter, wieder leicht unter der Gürtellinie. Also, mit dem, was ich da so erzählt hab. Äh. Aber wir werden ja nicht Küchentalk und Kaffeeklatsch, wenn wir hier am Tisch sitzen würden und dann diesen machen, weißt du. Wir sind eh Fehlpaar im Urlaub, die schon viel zu lange zusammen verheiratet sind. Frau sitzt da, Mann sitzt hier. Der Kellner kommt, ohne mitgesprochen. Die Frau sagt, Kännchen Kaffee, also draußen noch Kännchen, ne. Kännchen Kaffee und den Erdbeerboden, bitte. Der Mann sagt, ja, Kaffee und eine Mockertorte. Kommt sofort, sagt der Kellner. Und dann war es Feierabend. Da sitzen, es wurde mal so beobachtet, Kamera so versteckt. Also nicht versteckte Kamera, das ist ja Comedy. Ähm. Aber da haben die so anderthalb Stunden Tasse Kaffee, Mocker, äh, Erdbeerboden, Mockertorte. Ähm. Nicht ein einziges Wort haben die gequasselt. Nicht ein einziges Wort. Äh. Äh. Die waren dann fertig, Tasse, Kännchen war jeweils leer, Kuchen war weg. Ähm. Der Mann, der stand wortlos auf, so. Und dann hat er so, im Aufstehen hat er noch gesagt, Lübchen oder irgendwas. Oder Püppchen oder Schneckchen oder was weiß ich, wie er die sie nannte. Das war ja ohne Ton. Das war die ganze Zeit ohne Ton. Nein, die haben auch nicht den Mund bewegt oder so. Äh. Geh mal dann. So. Ein absoluter Kurzform. Geh mal dann. Also, Geh mal. Das ist das, wo dir die, wenn du Musik irgendwo laufen lässt, bezahlen musst. Geh mal. Dann. Ja. Also, Geh mal dann. So. Und das war jetzt nicht so ein Aufbruchruf, sondern das war schon eher so ein Befehl. Dann sind sie dann beide aufgestanden oder standen beide und sind dann, haben den Stuhl dann ran geschoben. Dann sind die wortlos aus diesem Café irgendwo hin. Ja. Und dann war gut. Dann war der Film auch Ende. Ja, aber Leute, ähm, Ich bin jetzt an einem ganz geilen Ort. Ich sitze jetzt mit meiner Perle oder mein Perlerich sitze ich jetzt am Strand in einem geilen Café. Ja. Und dann kommt irgendwie jemand vorbei. Boah, hat er eine geile Badehose. Die finde ich aber sexy, ne? Oh. Und guck mal da. Ja, okay. Da da muss noch ein bisschen trainiert werden oder bist ja immer mit irgendwas am Quatschen. Du guckst hier. Ach, guck mal hier die Palmen oder hier der Gummibaum. Boah, ist der groß. Zuhause haben wir nur so einen Kleen, ne? Aber hier, boah, guck mal, so ein Stamm. Boah, ne? Da hast du immer irgendwas zu gucken. Dann guckt ihr beide dann in eine Richtung. Oh, ja, guck mal. Ach, der Sonnenuntergang. Aber jetzt nicht nachmittags um vier. Das wäre jemand, der stimmpert nicht. Ja, äh, also zur Kaffeezeit, ne? So, aber Oh, guck mal, die Wellen. Oh, ist das schön. Und wie das Sonnenlicht darüber sich so spiegelt und so glitzert schön. Man hat doch immer irgendwas. Aber nein! Ich weiß nicht, warum. Die hatten so richtig keinen Bock zu reden. Hm. Absolut nicht. Hm. Wir hatten gar keinen Bock zu reden. Ich kann das gar nicht verstehen. Also ich hab immer was zu quatschen. Na, ich quatsch ja auch mit ihr. Mit ihr. Haha. Mit euch. Ja. Ich sitz ja jetzt hier. Ich hab jetzt gar keine Themen. Ihr habt mir ja gar keine Themen geschrieben. Bin ja traurig, ne? Ich sag zu euch, bitte schreibt mir mal ein Thema, wo man drüber quatschen kann. Also muss ich aus dem Stehgreif oder von mir reden. Ja. Was hat Niki denn da? Kontoauszüge. Der kriegt immer noch Kontoauszüge. Ja. Verpasst. Ich hab Reklame von Länderkauf. Ähm. Ein Kilo Glas Nuttenella. 3,99. Aber ein Kilo. Da können wir mal drüber reden. Hast du wohl wahr? Muss jetzt hier eben mal mein Läppchen mal rüber. Ich hab jetzt kein Hörgerät dabei. Ich weiß gar nicht. Hab ich meine... Ne, das ist Niki, so einer. Das soll die doch auch auf die Nase tun. Weiß ich gar nicht. Was hab ich denn da? Himmelbeeren. Ist das Himmelbeeren? Kiwi, Himbeeren. Da kann man ja wieder einen Schnaps von machen. Aufgesetzt. Ach ja, ich muss ihn ja noch verlängern. Also nicht verschneiden. Der Verschnitt wäre von hohem Alkoholgehalt mit Wasser. Destilliertes Wasser oder wie auch immer. Destilliertes Wasser ist natürlich optimal dann dafür. Runter reduzieren. Also wenn du 90% Alkohol nimmst. Ja, du nimmst da schon mal dieselbe Menge an Wasser. Dann kommst du dann irgendwann auf 45. Ja, und wenn du dann auch Likörstärke haben möchtest. Damit auch Eierlikör nicht Feuer fängt. Ähm, muss dann halt 30% oder noch weniger gehen. 24 so. Da muss man halt ein bisschen rechnen. Aber da gibt es fertige Formeln. Ja, und da könnten wir auch hier Dalmai. Dalmai klassisch. 4,29. Geht. Kinderschokolade. Dicke Männer. 1,49. Ein Paket dicke Männer. Gut. Nimm ich. Und hier. Rotkappe. Rotkappe. Sekt. Ich wollte gerade sagen Champagner. Ne, das ist ja kein Champagner. Champagner, ganz ehrlich Leute. Champagner schmeckt doch überhaupt nicht. Wer mag denn Champagner von euch? Kommt es mir nicht mal auf den Schoß. Ich kann jetzt nur nicht sehen, wie viel größer das ist. Oder wie viel Inhalt, ne? Hallo. Geht's noch? Das ist meine Fernbedienung. Lass die Gepäckseil liegen. Cody. So. Ähm. 30% Maria Krönchen. 5,69. Maria Krohn. Das haben wir immer gerne genommen. Äh. Damals auf der Arbeit. Lasst euch nicht erwischen. Alkohol auf der Arbeit ist verboten. Boah. Nein. Sonnenblumenöl. 1,29. Boah. Nicht 4,59 oder 5,90 oder wie auch immer. Ne. 1,29. Da steht es. Oh mein Gott. Tante Ante. Sie wissen, wenn ich meine. Butter. 1,19 Euro. Ja, da kriegt der Landmänner, der Bauer doch gar nichts mehr. Ja, oder der Bauer ist das ja alt. Nehmen wir das ja schon Großviehzüchter. Ja. Da geht es ja um Tausende von Rindern. Wie in Amerika. Solche Dinger. Solche Farben da. Ja. Aber 1,19. Anstatt 2,59. Sag mal. Alles gesund bei euch. 54% günstiger. Ihr habt sie doch nicht alle, ey. Ja, da kriege ich nur ein schlechtes Gewissen, das überhaupt zu kaufen. Oder hier. Currygold. Das ist glaube ich sowas. Schade. Ich habe jetzt mein Hörgerät nicht. Ich kann nichts gucken. Habe ich da nirgends wo meine Brille liegen. Ich habe so viele Brillen, ne. Im ganzen Haus überall verteilt. Nur da, wo ich sie gerade brauche. Nicht. Ja, also. Ich kann das nur so schämhaft erkennen. Ja, das könnte diese Streichelzarte sein. Jetzt weiß ich, das ist der 400 Gramm Becher. Also noch niemals 500 Gramm wie ein Pfund Butter. Nein, das ist nur 400 Gramm. Dann ist das Streichelzart wohl. Ja. Und das soll jetzt Butter sein. Ja, wenn das Streichelzart, das hat nur noch, sag ich mal so, 60% Butter drin. Und der Rest ist Rapsöl. Ja, also vollkommen daneben. Ja. 2,49 Currygold. Currysilber. Currysilber. Gegenüber der deutschen, nein, der holländischen Tante Ante. Ja, Leute. Weißt du, das ist eine Mischkalkulation. Da müsst ihr aufpassen. Ja, dann kommt ihr rein in den Laden. Der Artikel, der jetzt hier, den ihr da angekreuzt habt zu Hause, zusammen mit der ganzen Family. Ja, der ist einmal durch den Laden am Horizont hinten, wo der Horizont, ja, es gibt so einen Laden. Der heißt Globus. Ihr kommt euch da drin auch so vor. Also, ihr seht, ihr seht, wenn ihr da durch den ganzen Hauptgang, also vom Eingang bis hinten durchguckt, da seht ihr die Erdkrümmung. Oben so ein bisschen leicht noch die Wolken, weil da ist ja auch ein Dach drüber, ne. Da sieht man auch die Wolken so. Und ab und zu geht dann hinten so ein orangener Schein runter. Und da ist dann die Sonne. Ey, Leute. Ja. Was soll ich mit so einem Riesenladen? So. 4 plus 1 Grad ist. Tuffi. Tuffi Pfeffer. Die. Die Elf. Ne. Die Tuffi Elfe. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich mache keine Werbung. Nicht, dass er meint, er hat eine Mütze, die kann ich lesen oder so. Nein, ich möchte keine Werbung, keine schleichende Werbung für andere machen. Ähm, macht ja auch keiner für mich Werbung. Ach so, wenn ihr Werbung machen wollt. Ihr braucht einfach nur auf Liken drücken oder ein Abo machen. Kostet nichts. Ist keine Zeitung drin. Ist ja kostenlos. Ja. Ja. Es gibt wohl bei YouTube, da kann man so eine Mitgliedschaft. Ja. 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 Aber, ich bin jetzt gerade bei 111 Follower. Und, ich will von euch doch nichts, naja, Quatsch. Auch wenn ihr auch 1011 Follower-Sichter seid, will ich nicht. So, Motorenöl. So ein Motorenöl ist manchmal billiger, bald wie so ein Salatöl. Schon auch schon komisch, ne. Aber, die BMW-Fahrer, die BMW-Dich-Fahrer, besser gesagt, ja, die, da kann nur das Beste dran. Hier, da, Fleischwurst. Oh, Leute, Fleischwurst. Also, Kilo. Nee. Also, Kilo kostet dann 10,90 Euro. 10,90 Euro. Ich weiß jetzt nicht, welche Sorte, ich habe am liebsten die, nee, sage ich nicht. Aber hier so Blutwurst, billige Blutwurst ist immer gut zum Braten. Da kannst du, Kathi, kennst du wahrscheinlich auch, tote Oma machen mit der billigen Blutwurst. Also Grützwurst oder so, in der Pfanne. Aber ich mag das nicht so. Ich muss die Blutwurst immer so gebraten haben, dass die nicht mehr auseinanderfallen. Du hast die Scheiben, ich mache so Scheiben und dann kommen die in die Pfanne, äh, Klosbrech sind. Ne, also, dass die am Stück zusammenbleiben. Ja, da fällt mal was runter oder was ab, klar. Aber, ähm, die müssen fest zusammenbleiben und dann lebe ich sie. So, Kieftepaddelborn. Paddelborn. 6,66 Euro. Teuflisch gut. 6,66. Oder was ist das? Ja, 6,66. Ja, Blumen braucht er Blumen. Ich habe jetzt hier gerade Blumen auf der Seite. Hier passt die Marken oder? Keine Ahnung, kann ich nicht mehr lesen. Ja, XXL Vielfalt. Entdecke unsere XXL Vielfalt. Oh, guck mal hier. Wie habe ich denn da? Halbes Schwein. Oh. Das ist es doch. Jetzt muss ich gucken. Pro Kilo. Halbes Schwein. Ja, das kann ich wieder nicht lesen. Schade. Ähm, ja, das sind dann meistens so 7 Kilo, aber keine Pfötchen bitte, ne? Oder was ist das? Also Schwänzchen und Pfötchen brauche ich nicht. Will ich auch gar nicht haben. Naja, also, da bin ich so kein Fan von. Da wüsste ich aber auch nichts mitzumachen, ne? Was soll ich mit so einem Schweineschwänzchen? Ja, das wird so eine oder andere sagen, da kann man eine tolle Suppe draus machen. Aber wenn ich dran denke, uh, ah. Uh. Uh, uh. Nein. Hm. Käse. Brütt. Hm. Pfandhaus. Käse. Nee. Postbräu. Hä? Tut mir leid, kann ich nicht lesen. Muss nix mehr drauf aufpassen, dass ich, die hab ja wirklich nicht dabei. Sonst hab ich die schon mal hier irgendwo hier oder am Kopf. Aber löst sich ein Kaffee. Also war auch teurer. Das ist ein Euro teurer, wie ich den sonst kaufe. Vielleicht auch nur, der Inhalt selber ist. Der gleiche Inhalt, meine ich. Federweißer. Oh, Federweißer. Zwiebelkuchen und Federweißer. Kennt ihr das? Super. Federweißer ist der junge Wein. Ja, also, den dürfte, die dürfte nicht hinlegen, die Flasche. Die muss nur stehen, transportiert werden. Ja, und, ähm, man darf den Deckel nicht komplett verschließen. Er macht Geräusche. Ja, der ist ja noch am Gären. Ja, und dann trinkt man dann beim Zwiebelkuchen dann halt diesen Federweißer. Ähm, ja, ist halt eine Mode, ne? Genau wie man auf lebendige Tiere Zitrone drauf macht und sie dann isst, ne? Ne? Doch, sicher. Ja, ja, du machst doch hier, dann haben die so, die Typen so extra so ein Messer. Aber das Tier bleibt am Leben, ne? Dann gehen da zwitschen. Jetzt wisst ihr, was ich meine, ne? Aus dann. Mach den Deckel auf, ja? Dann kriegst du den Unterdeckel, wo das Tier dann drin ist, dann wird er sauber gekratzt. Dann gehst du selber hin, mach so. Lebendiges Tier. Wohlgemerkt, ja? Äh, Zitrone drauf. Oh, göttlich. Weißt du, ganz ehrlich, die Leute sorgen dafür, dass es halt mit der Zitrone besser flutscht und ganz schnell in den Magen rein und weg damit. Ist doch ekelig. Ey, ist doch ekelig. Bah. Das kann man doch nicht. Nein, das kann man nicht fressen. Oh mein Gott. Ach ja. Oh, hier Hosen und Schuhe. Was habe ich denn hier für Schuhe? Sind das auch so Springerstiefel? Ja, ich suche so Stiefel. Immer so für einen etwas besseren Halt, ne? Ich brauche jetzt keine Gesundheitsschuhe oder so. Ne, 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 ne. Aber so, die sind ja auch schick. In schwarz vielleicht. Oder hier. 35 Euro. Abgesehen vom Preis, ganz schön günstig. Na, oder hier in Grau, auch 35 Euro. Ja, aber so, wenn man so, die sehen dann auch so wie, sagen wir mal so Bergsteigerschuhe, so Springerstiefel oder so, mit einer Schnürung vorne. Aber die hätte ich dann ganz gerne, aber mit Reißverschluss. Weil, wenn man Rückenprobleme hat oder so, dann ist man froh, wenn man das alles einfacher gestalten, bewältigen kann. Oh, hier Ölmalerei heute. Ölmalerei. Ja, das ist sicher Pinsel, also, obwohl mir das, dieses, ähm, wie heißt der Kollekopp, oder wie hieß der Kollekopp, der ist ja leider nicht mehr der Maler, der immer nachts so im dritten Programm, glaube ich, war der, ähm, ähm, John Ross, glaube ich, Ross, ja. Ja, ähm, viel zu früh gegangen, ganz ehrlich, äh, ich hab den so gemocht, ja, er hat so eine tolle Ausstrahlung, so eine ruhige Ausstrahlung gehabt, so, so, boah, ey. Ich sag mal, ich, ich, ich konnte den ersten Pinselstrich, und dann hat er so erzählt, hat er manchmal auch ein Tierchen bei gehabt, und so, und dann hat er so ganz ruhig erzählt, mal Pinsel, und dann war er mal ganz ulkig, und hat er den Pinsel, die Leute haben gedacht, er macht da irgendwelche schweinischen Sachen, aber er hat nur den Pinsel an dem Ständer, an dem, äh, Statif, an dem Staffelei, ausgekloppt, äh, dass er trocken werde, weil er da wohl auch ausgewaschene Acryl. Ist das, glaub ich, das ist halt Krölemalerei. Ah, scheiße. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja. Und da war, der hat den Pinsel angesagt. Ja, und da war ich schon weg, ne, da war ich schon im Reich der Träume, da war ich schon über sieben Brücken, und bei den sieben Zwergen. Ah, ihr wisst nur, was ich meine, ne. Ah, hier ist wieder auch so ein Ding. Hier ist so ein Wasserpumpenautomat. Äh, wenn die Flaschen aus Plaste sind, tut euch eingefallen, äh, guckt, ob das kleine, da steht nicht nur Warning, hier von wegen, nicht heiß baden, und, 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 nicht einfrieren, und so, und da steht auch da drunter, Verfallsdatum, ja, äh, Ablau, Verfallsdatum, ja, wenn man das dann noch sauber kriegen würde, würde ich sagen, ja, okay, machen, ja, aber die Flaschen, die, äh, erst mal ist das auch eine Gefahr, ja, ihr pumpt da ordentlich Druck drauf, und, äh, dann werden die mit der Zeit, mit den Jahren ja auch poröse, wie so ein Camping-Gartenstuhl, ne, kennt ihr wahrscheinlich, ja, äh, alle setzen sich drauf, aber da kommt der dicke Adolf, ah, der dicke Adolf, der dicke Anton, ja, oder August, äh, also auf den Namen gibt's ja nicht mehr so, ne, auf jeden Fall, äh, setzt sich dann da so drauf, und, klar, kaputt, aber ist nicht der dicke Anton schuld, nein, es ist einfach daran schuld, ja, dass man diese Stühle nicht gepflegt hat, ja, mal ordentlich abreiben, klar, mit Wasser und Spüli, und dann hinterher muss das ein bisschen, da muss wieder leicht, ja, Öl nicht unbedingt, ja, so ein Latexöl, ja, äh, so die Leute aus dem Fetisch-Bereich, die kennen das, ja, dann glänzt, der Kett, Sweet, gut, nein, Quatsch, ähm, so, auf jeden Fall ein bisschen so Latexöl drauf, das pflegt und nährt das Plastik, ja, also kein, bürst kein Salatöl drauf, äh, durch Salatöl wird das noch, poröser, und reißt euch erst recht kaputt, äh, ja, also, ich bin mir das schon mal passiert, da bin ich gerade, habe ich mich gerade so ein bisschen erholt, von meinen Herzinfarkten, und durfte dann erst einmal hier ins Haus, in die Wohnung, äh, also aus dem Krankenhaus raus, und dann hier rein, äh, und dann bin ich rein, und dann habe ich mich, das war, wie war das nochmal, das war Februar, oder, und da waren schon, äh, was zu unserem Garten gehört, so, so Gartenstühle, so zum Hink, umklappen, lang machen, ne, und wisst ihr was, ich habe eine dicke Jacke angezogen, habe mich dann da drauf gelegt, und weißt du was, so ein paar Minuten, paar Minuten mal Ruhe, ne, so absolutes Abschaltigen, ja, und dann habe ich mich da, wie gesagt, hingelegt, und, äh, und die Nachbarin, die Nachbarin, muss ich ehrlich sagen, eklig, finde ich furchtbar, ja, überm Zaun am Gaffen, ja, oder am Lauschen, was erzählt er da, wie schnarcht er, nein, jetzt habe ich nicht geschnarcht, ich habe einfach nur so ein bisschen, mich weggeträumt, ja, scheiß Krankenhaus, scheiße, da bin ich kaputt, Herz kaputt, alle so ein Mist, ja, da musst du ja auch immer mit klarkommen, das ist ja auch ein Hammer, so, und dann, auf einmal gibt der Stuhl nach, der war richtig normal aufgestellt, aber unten die Halterung, da sind so wie so Zahndinger da, und da war so ein Pin, und der Pin ist abgebrochen, mit einem Mal, zack, boah, das Ding lag flach, wie in der Slapstick Show, ja, bei dick und dumm, äh, auf dem Boden, zack, boah, und da habe ich meinen Kopf noch aufgeschlagen, da war so ein Betonklotz, ja, und die Nachbarin sofort, über dem Zaun geguckt, ja, die wollte nur, ha, guck, ha, ha, weißt du so, ha, so Orgasmus hat die Alte, ich könnte so rein, nein, nein, ich bin nicht cholerisch, nein, ich bin ganz ruhig, ja, auf jeden Fall, ähm, war sie am Gackern, ne, am Lachen, ich sag, pass mal auf, jetzt begrüße ich dich erstmal, du dummes Sau, ich sag, siehst du eigentlich nicht, dass ich mir den Kopf da an den Beton aufgeschlagen hab, ich hätte mir auch den Kopf auch töten können, da war nämlich in dem Betonklotz, da war es statt mal so eine Nostalgie-Lampe, ja, äh, da waren vier so Schrauben einbetoniert, und die waren so, so knapp an meinem Hinterkopf waren die da, guckten die da aus dem Boden, aus dem Betonklotz, da hab ich gesagt, du dummes Sau, ich sag, wir werden keine Freunde, und das hab ich gehalten, bis heute, die versucht zwar jedes Mal und immer wieder, ja, äh, mit mir in Kontakt zu treten, aber, mhm, ist nicht, läuft nicht, nur das Allernötigste, also ein Kaffee, oder ein Bier am Gartenzaun, das werden wir nie trinken, ganz bestimmt nicht, ja Leute, ich weiß, was ich, was ich jetzt gesucht hab, ich hab jetzt hier Miesmuscheln gesucht, Scheibenkleister, ich hab fast gesagt, scheiße, da war eine Fischabteilung drin, aber, keine Miesmuscheln, ich bin aber überlegen, ob ich das festhalte, für Niki, weil wenn der kommt, dann nachstellen wir ganz gerne noch ein bisschen was, da muss ich mal ein Herz haben, das ist nicht klassisch für Niki, Hasenbrot, ha, kennt ihr den Ausdruck Hasenbrot, schön, ne, wenn Papa, von der Schicht, von Stahlberg, oder von Kohle, Abbau, nach Hause kam, und hat das Bütterchen nicht aufgegessen, dann war dann halt, wie gesagt, immer das über, und das war dann halt Hasenbrot, ist das nicht schön, Hasenbrot, weißt du, da werde ich so heimelig, da werde ich so, ah, da denke ich so, mein Gott, war das doch früher eine schöne Zeit, ne, ja, heute lassen sich die blöden Blagen ja am Computer bedienen von Muttern, ne, Mutter, Duas, die können ja nun mal das Wort Durst aussprechen mit, okay, geht aber Duas, ja, oder, Hunger, da heißt Hunger, mit U, nicht mit O, nicht Hunger, ja, die sprechen ja auch so komisch, ne, die sagen dann irgendwie, lol, ne, Mutter kommt rein, stürzt, stolpert über die scheiß, teuren, äh, Haken, mit dem Haken da, ne, oder ist der Haken andersrum, weiß ich jetzt nicht, ne, der Haken ist so rum, jetzt nicht, dass die komische Partei da, ne, also, so ein Haken, ne, Nika, Nika, ne, die Schuhe da, stolpert die Mutter über die Schuhe, dann dreht der Junge sich um, ha, lol, könntest du nicht, lauf doch mal langsam, oder so, ne, sagt er dann, der Junge da, ne, am Computer sitzt, ne, ja, hallo, geht's noch, ja, die kriegen den Arsch nicht mal hoch, und dann, und dann, wenn sie mal was machen müssen, Junge, du könntest mal jetzt den Müll runterbringen, heißt das, Mutter, nein, das ist Kinderarbeit, ja, und dann, 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 dann zweifle ich immer, ne, dann fängt das bei mir mal so an, äh, ja, leicht, ja, ich denke, dann fängt das an zu rotieren, ja, so ein richtig, so ein, äh, ja, sage ich jetzt nicht das Wort, aber, da ist so richtig was los, in meinem Kopf, ne, ähm, hm, das ist auch wieder kalt, ja, dann geht so richtig was ab, ne, dann denke ich, so die plagen, ähm, nichts, gar nichts mehr helfen, nein, die sitzen nur noch am Computer, und wenn sie den Computer dann halt, nicht gerade vor sich haben, dann gibt es dir noch ein Handy, oder ein Tablet, oder ein Laptop, ja, ja, den kann man ja auch nur alles mitschleppen, ja, und überall, äh, oder ein Handy, Wir hatten früher mal Snaker, wo die Handys rauskamen. Snake. Kennt ihr noch Snake? Snaker. Also da mit der Schlange. Tetris kam etwas später. War aber auch in Ordnung. Ja, aber wir brauchten das doch nicht. Mein Gott, da war ein Schwarz-Weiß-Spiel auf mein Handy. Oh! Wahnsinn. Und dann kamen die ganzen... Da waren die Zeitungen voll mit so kleinen Kästchen. Wie so Briefmarken, so groß. Und da konntest du dann so anrufen für Wake me up, bevor you gaga, lalala. Oder so ähnlich. So ein Weihnachtslied da von Wamm. Las Christmas... Oh, das ist gefährlich. Am Esstisch sollte man keine Weihnachtslieder vor Weihnachten singen. Das ist ungesund. Oder gefährlich. Oder irgendwas mystisches. Ja, und da hatten wir nicht mehr. Nein, wir brauchten auch vorm Handy. Ja, die Jahre, Jahrzehnte vorm Handy. Ja, ging es uns doch allen gut. Ja, wenn wir irgendwie jemandem Bescheid sagen wollten, von wegen, am Wochenende ist Party. Ja, dann haben wir da angerufen, Brief geschrieben, Ein- und Erdungskarte. Ja, vielleicht abends noch schnell mit Fahrrad vorbeigefahren, im Briefkasten geschmissen. Kommst du am Wochenende, Party! Bringst du Chips mit? Du bringst Chips mit. Da haben wir so vielleicht draufgeschrieben. Ja, und du bringst drei Flaschen Bier mit. Und du machst den Rest von Mutters Korn oder so. Ja, wenn das für einen alleine zu teuer war, ist doch klar. Unter Freunden hilft man sich. Na, aber guck mal, heute die Blagen, die kriegen ja alle den Arsch nicht mehr hoch. Aber wenn sie aus gesundheitlichen Gründen den Arsch nicht mehr hochkriegen, alles gut. Ja, dann kann man auch gerne zur Hilfe daneben stehen und helfen und machen und tun. Aber die sind gesund. Die sind kerngesund. Können aber noch nichtmals auf dem Schwebebalken vorwärts und rückwärts laufen. Ja, das ist ja so ein Erkennungszeichen. Schwebebalken. Ja, oder schwimmen. Sind zu dumm zum Schwimmen. Ja, obwohl selbst ein Milky Way, so ein ganz blödes, so ein unter ein IQ, ja, Milky Way, ja, das schwimmt. Nur die Blagen, ja, die können das nicht. Die kapieren das nicht. Die sind zu komisch, sind die im Kopf. Ja. Tut mir leid, wenn ich ehrlich bin. Mich gibt das nicht anders. Er erwartet nichts anderes von mir. Ja, ansonsten müsst ihr umschalten. Da müsst ihr aber ja als Spongebob gucken oder so. Ja, das ist auch scheiße gelabert. Aber ich bin kein Spongebob. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin der auf Paragraf 11 steht. Ja, obwohl sehr, sehr rücksichtsvoll und sehr liebevoll auch und niemals eklig oder oder das mache ich nicht, das will ich nicht. Ich bin auch ehrlich, sehr ehrlich. Ich lüge nicht. Gibt es gar nicht bei mir. Wer mich anlügt, Leute, der hat nicht viel zu lachen. Also beziehungsweise nicht mehr mit mir zu lachen. Weil, wer mich anlügt, der braucht meine Freundschaft nicht. Ja, der braucht irgendetwas anderes. Ja, der braucht den Parkvorsteher vom Phantasialand. Ja, ja, den kann er so viele dumme Geschichten erzählen, die er vielleicht glaubt. Ich nicht. So. Ich bin jetzt immer hier soweit fertig. Ich bringe das erstmal in die Küche und da tue ich noch in die Tüte. Äh, oh Leute. Oh, ja, ich habe jetzt keine langen Unterhose an. Also nicht, dass ihr euch wundert. Das ist hier so eine, guck mal, oh, mit so einem Aufdruck. Oh, bin ich jetzt cool, man. Oh, uff. Ja, schick, ne? Guck mal, was steht da drauf? Dirt Devil oder was? Ne, Finest Royale. Oh, Finest Royale. Leute, ihr habt jetzt einen Royalisten beim Essen zugeschaut. Das ist doch nicht gut. Finest Royale. Guckt euch mal so lange da hinten die... Ich mach das mal hier zu, weil das ist nicht so ordentlich da drin. So, guck. Könnt ihr hier die Püppis angucken. Habe ich noch überwiegend von Mama, ne? Ja, und wisst ihr, was ganz schlimm ist? Ähm, ich habe viel von Mutter, so, was heißt, geerbt. Ich wollte gar nichts erben. Ja, mir war ihre Gegenwart viel lieber wie scheiß Erbe hinterher, ne? Ähm, aber, äh, das sind so kleine Erinnerungen, so wie diese Püppchen, ne? Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Püppchensammler. Ich hab auch noch oben, und ich hab immer im Keller noch einen ganzen Karton Puppis. Wenn einer Puppis haben will, ne? Äh, ich geb das gerne günstig ab. Ihr sagt, einen Preis. Ja, einen freiwilligen Preis. Äh, und... Ich glaub, das sind sogar noch zwei Kartons. Also zwei so große Umzugskartons. Kann ich jetzt nicht. Warte mal, so. So könnte ich... Ja, so, also zwei so, so, mal so, ja, wisst ihr Bescheid, ne? Ja, so Umzugskartons. Mit Püppis und so. Also mit so, so, also diese größeren, ne? Ja. Da waren auch ein paar edle, ich weiß es nicht, ja. Also, äh, ihr sagt einen Preis. Ja, äh, ja, und wenn ich, wenn ich dafür... Ja, Kasten, wie ist das Blödsinn? Das sind ganz doofe Bereiche... Was machst du denn da drunter? Was macht der Charlie denn unterm Schrank? Ich hab da so einen alten Schrank und der Charlie kommt da gerade rausgekrabbelt. Das ist schon Mops. Da ist so viel Platz, ja. Ja, so viel Platz ist da. So, ja, und der kommt da so eben mal so rausgekrabbelt. Ja, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, was weiß ich, 20 Euro oder so. Ja, wenn ihr da Lust habt, ja, ihr könnt privat schreiben. Ähm, ja, ich hab da unten meine, meine, äh, meine E-Mail-Adresse drin. Kaffee-Klatsch, Küken-Talken-Kaffee-Klatsch steht dann da und dann at-gmx oder was weiß ich, was das ist. Ja, irgendwie sowas. So, ich bring mal eben kurz, äh, hier das Geroll weg und mach mir nochmal einen Kaffee. Und dann bin ich gleich wieder da. So, kleine Momento. Äh, das ist, was ist das denn? Was, 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 was ist denn jetzt hiermit passiert? Boah, Leute. Der muss weg. Äh, was, was, was ist das denn? Fingel Kleister da oben drauf. Komische Sache. So, wenn einer Lust hat, ich hab hier Altglas, das kann weg. Keiner freiwillig, keiner meldet sich mal. Aha. Wie im echten Leben. So, was hab ich denn da? Äh, nee, das passt da nicht rein. Nee, das ist mir auch zu dumm. Ach, da hab ich ja noch ein paar. Frischhaltebeutel nicht. Obwohl mir das hier, guck mal. Das ist so ein großer Beutel hier. Können wir das erkennen? Können wir, können wir? So, guck mal. Ja. Ach, boah. Bin ich ganz unscharf, ne? Könnte mich jetzt. Gut, ne? Wer macht der Effekt, der lecker? Nein. Ähm. Guck mal, hier ist er. Nee, keine Werbung, hab ich ja gesagt. Ich mach da so ein Schleich in der Werbung. Nein, aber so ein großer Beutel jetzt für so kleine Häppchen da, ne? Ah, das geht mir mal am Senkel. Das ist immer so, ich bin, ich bin so gegen dumme Verschwendung. Ich mag das nicht. Also ich kann nicht leiden, wenn man, wenn man irgendwelches gute Materialien, ja, wenn man die, ja, für so ein kleinen, so ein bisschen so ein Häppchen, so ein Schnittchen da, wenn man das damit verschwendet. ne, also das muss ich nicht haben, das ist, äh, keine Mücke hier, was willst du hier? Geh ab im Schlafzimmer. Ja, so, hier so Kaffeefilter, wenn er, ne, das ist zum Beispiel, äh, das könnte ich jetzt ohne weiter draußen im Kompost schmeißen, ja, Kompost, zack, raus, ja, äh, wenn er so ein, ich hätte mal einen kleinen Mini-Kompost, so, aber der war nur so ein Eimer, ja, der war so etwas, die höheren Eimer, also mit doppelt so viel Inhalt, wie den normalen Putzeimer jetzt so, ne, und, äh, da habe ich dann Kompost, kompostiert. Ja, klar, da müssen natürlich ein bisschen Löcher rein und dann gucken, dass man von innen so ein bisschen so, ja, so Netzgase, ja, so Gitterchen so vor die Löcher macht, damit das nicht rausrieselt, äh, und dann alles reinschmeißen. Das darf nicht riechen, das darf nicht stinken. Kompost riecht nach frische Erde, also der gute Kompost, äh, Haufen, ne, äh, so wie Oma und Opa hat früher auch mal im Garten gemacht, Eierschalen, auch mal Knochen rein, Knochenmehl ist gut, ja, ja, die Knochen, die zerfallen natürlich erstmal, ja, die brauchen ganz viele Jahre für, die Ägypter zum Beispiel, die liegen da schon seit dreieinhalb, vier tausend Jahre rum, ja, die sind immer noch existent, ja, weil der Knochenmehl, wenn das geht ja mit der Erde unter, das sieht man ja nicht mehr, ne, so, aber dann, äh, ja, solche Sachen, Kompost rein, Salat, Reste, ja, nur kein Öl, ne, also Öl sollte man tunlichst unterlassen, weil, ja, gar, ne, dann kommt da wieder, kommen wieder die Klimakleber und die schimpfen dann, nimmer, du kannst da kein Öl im Kompost reinschmeißen, ja, ich meine Kaltölsalat, ne, den fertigen, den gemachten Salat, ne, auch der Kartoffelsalat geht da drunter, ja, weil der hat ja in seiner Manganese, hat der ja auch Öl drin, na, boah, wisst ihr was, Leute, ich quassel, ey, ich hab doch nur gerade mal einen Kaffee, ey, na, egal, ne, ähm, achso, ich spring da mal eben dann kurz raus im Kompost, wenn ich weg bin, bin ich da, 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 ich muss noch eben zum Kompost, wo ist er denn, hier ist er, so, jetzt hab ich das auch erledigt, ich muss hier unbedingt auch mal Laub fegen, äh, ja, saugen kann ich ja nicht, ich hab ja kein Sauggerät, ich will meine Nachbarn ja nicht so am Sack drehen, was ist los mit euch, eine rein, eine raus, vorsichtig, das ist eine Hornisse, du wohnst hier nicht, du gehst raus, ja, ich hab hier irgendwo, hab ich hier am Haus, hab ich so ein Hornissen-Nest, nichts gegen, nein, ganz bestimmt nicht, gar nichts gegen Hornissen, ich liebe Hornissen, okay, wenn sie mir ein Nest bleiben und mich in Ruhe lassen, ne, dann liebe ich sie, äh, nein, ähm, ja, ich lass denen ihre Ruhe und die sollen mich auch in Ruhe lassen, sagen wir mal so, so passt das am besten, ähm, und, ähm, ja, die wollte jetzt hier in unser Haus rein, aber, wie ist das bei euch eigentlich mit Aberglauben, ja, meine, okay, so eine Hornisse ist jetzt nichts gefährliches, so, ne, dann sagt man so, oh, ja, äh, sieben Stiche ein Pferd, bumm, tot, drei Stiche ein Mensch, bumm, auch tot, ne, nee, ist klar, klar, logisch, dann stirbst du einfach so, nein, Quatsch, ich glaub, da brauchst du schon ein bisschen mehr, bis du dann da tot gehst, ja, und, äh, da, da brauchst du wahrscheinlich so siebzig, vielleicht siebensiebzig Stiche, bis du dann irgendwann mal bumm, tot bist, ne, was, ach so, Aberglauben, kennt ihr Aberglauben, ja, äh, ist ja was Schlimmes, ne, ist halt so nichts Schönes, ne, Aberglauben, ja, schwarze Katze von rechts nach links oder andersrum, ich weiß nicht mal mehr, äh, unter der Leiter laufen, und, oh, ganz gefährlich, oh, ja, äh, und solche Sachen alle, ja, wo ich dann aber glaube, so, ha, schon so wenigstens mal drüber nachgedacht habe, das war dann der Moment, wo, ja, hier im Haus auf einmal ein Vogel eingeflogen ist, ich hab die Tür aufgemacht und im selben Moment, als wenn da von einem Sog der Tür, ich meine, so reiß ich doch die Tür, die haustür nicht auf, ne, aber von einem Sog der Tür, als wenn der so, so reingesaugt worden wäre, und der flog dann hier so rum, so hier so, ich sag, komm, raus, ich hab Katzen, das ist gar nicht gut für dich, ne, das ist nicht so gesund, ne, so, und da hab ich dann, dann kam er dann auch wieder, ich hab hier ein bisschen dunkel gemacht, das ist ganz einfach, dunkel machen, Licht aus, ja, ähm, Rouladen runtergemacht, und dann orientiert er sich wieder ans Licht, ne, dann, oh, da ist Licht, ich kann hier raus, Tür weit aufgemacht, sag, bumm, er war wieder draußen, so, aber, das ist natürlich dann ein Aberglaube, ne, dann heißt es wieder, äh, wenn in dein Haus ein Vogel reingeflogen kommt, stirbt einer, und paar Tage später, war meine Tante tot, kann jetzt Zufall gewesen sein, ja, oder, ja, also ihr wisst, was ich meine, Zufall, oder, äh, ja, wie, ja, wie man so eben so sagt, so Zufall-mäßig, ja, und, ach, also, und da weiß ich nicht, äh, wie ist das jetzt so, ne, ist das jetzt echt, oder, oder unecht, oder, ach, ich weiß gar nicht, ach, ja, Leute, so, ich muss jetzt hier mal ein bisschen, muss ja auch noch haushalten, ist ja auch schön, immer, wenn ihr da bei mir seid, obwohl, äh, die Sendung heute, ist ja auch nochmal ausnahmsweise, die machen wir ja auch nicht so oft und immer, ich schütte mir gerade nochmal einen ein, also Kaffee, ne, Strom sparen, so, ach so, hier ist ja Licht aus, aber hier mache ich aus, ach, ja, ja, das ist halt eben, ne, so wie es ist, so, ich nehme euch jetzt einfach mal mit nach oben, weil, äh, so, ähm, das Start-Tief lasse ich hier, also, ab jetzt wird es wackelig, also, ich habe jetzt keinen gesoffen, sondern, äh, äh, ich stehe halt nur ohne Start-Tief hier durch die Gegend, äh, so, ich habe jetzt alles beisammen, einen Kaffee habe ich, so, Kätzchen, ihr seid schön lieb, ne, guck mal, guck mal, wie, wie, wie lieb sie da so sitzt, ne, ein Kater, ne, guck mal, wie brav, oh, feines Mäusi, ja, fein, sag mal, hallo, sag mal zu den Zuschauern, hallo, ja, fein, gibst du Kussi, gib mal einen Kussi, gib mal einen Kussi, ja, fein, ja, aber du bist nicht Osman, ne, wie, wie, wie von Oxan, Oxanbücük, groß wachsen heißt das, ist türkisch, ja, wahrscheinlich heißt das so, dass die Stadt größer wird, Oxanbücük, so heißt die Stadt, hübsch, ne, feines Mäuschen ist das, so, und jetzt gehe ich nochmal hier gucken, was die Jungs hier machen, so, was macht ihr denn da, so, was ist denn hier, das, guck mal, Vater, Vater und Sohn, die beiden hier, die sehen ja so identisch aus, ne, ja, und ach, guck mal, die Tüte ist mal wieder so interessant, ja, ja, alles gut bei euch, die sehen so gleich aus, da muss ich, wenn die, wenn die, wenn die, öttes hier vorne größer ist, guck mal, da hinten, da ist ein richtiges Brumbeergesicht, brrrr, so, ja, und du auch nochmal, guck mal, wie die schön schmusen, ne, ach, herrlich, ja, so kann das bleiben, so herzlich, ja, ähm, ich schnapp jetzt meinen Kaffee und jetzt gehe ich, da war der Ladekabel von Niki, sein Mopedroller, sein Rollenroller, ja, der muss ja auch immer, ja, geladen werden, ach ja, ich sehe das immer, wenn ich dann hochgehe, äh, abends nehme ich die, ach, dunkel, ich habe dunkel angemacht, kennt ihr das Wort, also das Satz, dunkel anmachen, ja, Niki, du solltest deine Tabletten, aber nicht irgendwie so auf die Kante vom Sofa, ne, die musste schon irgendwo vernünftig auf den Tisch und deine Gummibärchen könntest du auch mal langsam leermachen, ja, der ist so, der ist so ganz gemütlich und ist so, ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen und wenn nicht, dann komme ich doch vielleicht übermorgen erst, ja, so, ja, äh, bevor ich hier überhaupt jemand gestartet bekomme oder was starte oder was mache, ähm, gehe ich hin und, äh, jetzt sind die Schalter natürlich, ich mach Schleich, ha, merkst du, ich mach Schleich, guck mal, auf einmal war er weg, stopp, so, siehst du das, ja, ich mach Schleich in der Werbung, schnell weg damit, ne, also, ähm, dann habe ich hier mein, so ein Kartönchen, das ist jetzt schön, das sieht jetzt nicht so viel aus, weil ich jetzt immer, ja, ich bin so ein Kartonmensch, kennt ihr das, ja, äh, wenn er so mehr als fünf Kugelschreiber da liegen hat, muss es da so ein Kartönchen geben, ja, oder so ein Körbchen, wo man die dann alle schön nebeneinander reinlegt, ich bin so einer, ja, das ist, wenn er beim Psychiater sowas sagt, äh, das schreibt er sich auf, so ein Sortiermensch, ja, äh, ich kann das nicht sein, wenn, wenn da ein Körbchenhäufchen, irgendwas ist da, Papiere, da liegt jemand anderes, Bastelkram oder so, ja, ähm, ja, ihr habt dann alles so extra verteilt, dann muss es dann auch ein Kartönchen geben für, ich hab jetzt hier, guck mal, eins, zwei, hier hab ich drei Brillen, ne, hier am Fensterbrett hab ich, holen wir mal gucken, noch eine, dann da liegt noch eine, äh, äh, hier, wisst du da, ist auch noch eine, ist auch eine Lesebrille, kannst du mal sehen, die sieht aus wie eine normale Brille, so groß, ne, also die Gläser, Pippi-Pille brauche ich nicht, aber die Tabletten, die sind ja nochmal sehr schön sortiert, und die sind sogar so sortiert, dass auch ein Dummer dahinter steigt. Ich fand das mal so abartig, wirklich abartig, und da prangere ich das jetzt an die Krankenkassen an. Und zwar ging es darum, die Krankenkassen wollen ja immer wieder so billig wie möglich alles verkaufen, und dieses billig wie möglich, da geht mir so aus dem Hals raus. Und ich war mal so verzweifelt, ich wusste nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts. Selbst Niki konnte mir da nicht mehr helfen, und der ist schon pfiffig. Ja, und ich hatte so viele Tabletten, ich hatte damals ja noch mehr, ich habe jetzt der Ärztin gesagt, ich sage, so viel wie möglich absetzen, ich brauche nicht alle, glaube ich nicht. Ja, da hat sie geguckt, oh, oh, sagt sie da, wieso haben sie denn zweimal dieselbe Tablette? Ja, da kriegst du Panik, ja, da kriegst du erstmal Panikattacken, wieso zweimal dieselbe? Ja, das ist zweimal identisch dieselbe, nur das sind zwei verschiedene Benennungen, Bezeichnungen. Also für Blutdruck rauf und Blutdruck rauf. Und dann hatte ich aber noch eine für Blutdruck runter. Leute, ja, ich kapieren halt alle nicht, was das soll, ne? Ich sage, wieso rauf und runter? Ja, das eine ist zum Stabilisieren, damit der Blutdruck kräftig bleibt. Ja, ich sage, da nehme ich Magnesium. Ich habe hier mal hier, ne? Dann brauche ich den Magnesium, den ich eigentlich gut und ja, fast jeden Tag nehme. Aber das hat wieder einen anderen Grund. Also, ihr könnt auch Bananen fressen, so ist das nicht, ne? Ne, Magnesium, nehme ich jetzt auch gleich mal sofort an, da wo ich jetzt gerade dran denke. Weil die nehme ich nur alle zwei Tage, je nachdem, oder muss man, den dritten Tag vergesse ich die. Ist aber alles nicht so wichtig, nicht so schlimm, weil zu viel Magnesium ist nicht gut. Nein, Magnesium sorgt dafür, dass du, ja, eine stärkere, ja, Muskulatur, Herzmuskel vor allen Dingen, dass das schön stark ist. Und ich habe halt ein Problem, ich habe unwahrscheinlich starkes Herzstolpern. Also kein böses Herzstolpern, von wegen diese Pistolen oder was das da ist. Oder Nistolen, Systolen, Systolen heißt das, glaube ich. So, und das ist noch so alles so im Rahmen. Das kann man noch, das kann man noch mit leben. Oder gut mit leben. Es ist ja kein Herzrhythmusstörungen, sondern ist ja mehr ein Extrasystolen. So, und da sollte man auch ein bisschen auf Achtung halten, mit diesen Tabletten ist es angenehmer. Dann habe ich das nicht so oft und nicht so heftig. Ja, das bleibt ja, ja, dann Puls fühlen. Oh, ich bin tot, kommt kein Puls mehr. Das ist der Puls richtig eine ganze Zeit lang wechselt, ein paar Sekunden, ne, also wenn es jetzt richtig heftig kommt. Ja, dann fühle ich, bam, und dann, boah, dann kriegst du einen, ja, als wenn der Defibrillat, habe ich auch so ein Ding drin, ne, also nicht, dass er, ich, Defibrillat, ich kenne mich damit aus, ja. So, als wenn der so einen gibt, ne, nein, das ist aber nicht, sondern da ist das Herz einfach und dann, oh, dann kriegst du so einen kleinen Schwindelanfall. Äh, Anfall, ne, kann es nicht sagen, aber so ein, so ein, so ein, so ein Schwindelgefühl. Wenn du morgens so als Nichtraucher, äh, eine Kippe rauchst, so auf Ex, so hätte ich fast gesagt, so in einen durch, stark auf Lunge, ja, vielleicht so eine rote Handzigarette oder irgendwas anderes, gibt es die eigentlich noch, die fand ich immer ganz lecker, ohne Filter sogar. Ja, auf jeden Fall, ähm, so richtig, und dein Mutti auch manchmal so schwubbelig, so, so komisch, ne. Äh, also ich kenne das so aus der Jugendzeit, so, ne, und, ähm, ja, so ein Gefühl hast du dann auch, also schön ist das nicht, ne. So, ich habe gegessen, ich habe meine Tabletten, sieben Stück an der Zahl, das ist immer gut. Ah, gut, okay, Wasser, haha. So, und jetzt kann mein Tag so für mich starten. Dann gehe ich so am Computer, Dann gebe ich hier so ein Start-Dings-Da-Bum-Da-Ein drin. Die Nachbarin, es scheint doch im Urlaub zu sein, ja, okay. Weil die war kurz da, gestern, dann kamen sie auf den Hof gefahren. Ja, no. Ja, weil die stellt immer die Mülltonnen früher raus. Und, dann weiß ich immer, ach, die fährt mal wieder für eine Woche oder so irgendwo, die fährt gerne nach Portugal, ja, glaubt ihr, der Bruder ist da, ne. Ja, und, ja, soll sie, Gottes Willen, ne. Äh, kann mir aber auch Bescheid sagen, sagt sie nicht. Ich weiß nicht, ob sie schüchtern ist oder ob sie Angst hat vor Homosexualität oder so. Keine Ahnung. Dabei tun wir ihr doch gar nichts. Ja. Ja. Oder vielleicht hat sie mich immer Rülpsen hören. Dann meinst du vielleicht hoch. Wir haben Bären anstatt einen Hamster oder einen Kanarienvogel. Als Haustier, ne. Ach, Leute, ne, hier wollte ich gucken, da. Ja, also, ich bin mal eben kurz drüben. Ich muss mir mal eben eine Zigarette machen, ne. Da nehme ich euch jetzt nicht mit, weil das ist ja albern. So, meine Frühstückszigarette. So, die darf nämlich auch nicht fehlen. Die muss nämlich immer und immer wieder dabei sein. Ja. Ja, aber guck doch mal, wenn ihr das versteht. Oxan-Bujuk. Bujuk. Ja, ich kann ja auch mal gucken, ob ich da den verlinke oder so. Ähm. Ich meine, Großwachsen, das kann man auch anders verstehen. Auf jeden Fall sind das dann Transgender. Ja, äh, Menschen, die in Istanbul wohnen und leben, arbeiten und einkaufen und alles machen. Ja. Ja, und die könnt ihr mal, könnt ihr euch mal angucken. Also, ganz lustig. Es ist genauso verrückt, wie wir hier sind. Ja, obwohl ich meistens alleine mal vor der Kamera stehe, weil die beiden anderen, ja, die sind ja arbeiten. Und ich kann dann besser kochen, ja, ohne von Nicky gestört zu werden und so diskriminiert zu werden. Und da ist ja wunderbar mehr Salz dran. Ja, sage ich dann. Früher war mehr Hering. Ja. Na, wie der Opfer davon, Lorie auch. Früher war mehr Lametta. Ja, Blödsinn. Quatsch mit Soße. Ja, aber auf jeden Fall, äh, ja, das nervt dann immer. Und die Kleine nervt nicht. Die ist lieb. Äh, unser Küken, die ist ja, ja, das ist eine ganz ruhige Liebe. Und das ist auch, ach, das rechne ich dir ja auch hoch an, ne. Ja, das rechne ich dir hoch an, dass das halt so eine, so eine ruhige ist. Na, sie, äh, schnappt sich von mir aus dem Teddywehr und setzt sich da am Sofa, guckt sie irgendwelche Fantasyfilme. Ja, Horrorfilme ist sie nicht. Äh, rauchen tut sie nicht. Ja, und, ja, solche, das finde ich gut, ja. Entschuldigung, dass ich jetzt rauche, aber ich befinde mich jetzt hier in meiner Etablissemengen. Etablissemengen. Das hört sich an wie ein Puff, äh. Hallo. Finde ich mal gut, solche Gesprächsbeginner. Sprächsbeginner. Gesprächsge... Ach, du, lieber Gott. Ne, lassen wir mal. Ähm, also so ein Start von so einer Unterhaltung und Chat, ne. Hallo. Hallö, schreibe ich. Hi. Jetzt schreibe ich. Hallo. So. Jetzt schreiben wir hin und her. Hi, hallo, hallo, hallo. Hi, hallo, 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 hallo. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Ja, das sind ja, äh, 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 äh. Oh, 9,9949. Ja, da war ich aber nicht ondo. Hab jetzt gerade, ihr seid Zeuge, ich hab jetzt gerade erst angemacht. Hallo. Jetzt schreibt er wieder hallo. Jetzt schreibe ich. Hi. Hi. Ja, so lustig, ne. Finde ich jetzt gar nicht so lustig. Stößchen. Ja, aber, so beginnt so eine Unterhaltung. Aber der sieht, ist nicht so mein Fall. Äh, ach so. Ach, ist mir zu blöd. Lass mal ausfallen. Äh. Ich sehe gerade, der ist, der ist nicht angezogen. Der Mann, der ist nackt, aber. Also, was ich jetzt hier im Gesicht habe, hat der am Körper. Ich hab gedacht, der ist von letztem Jahr Weihnachten, weißt du, last Christmas. So ein Pullover noch, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schafsschuh, wohl, äh, Shetland-Pulli, oder wie heißen die, äh, von Norwegen. Boah. 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 Heinz-Rudolf Kunze. Was ist schon unheimlich. Ja, hier sind, äh, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, äh, Claudia Obert und ihre Max. Auf diesem Foto siehst du es auch. Zuschauer entdeckten gruseliges Detail. Und da, hinter der Dame, ihre Schulter, ne, die steht so, ja, äh, da, äh, ist ein, sitzt auch noch jemand, aber der sitzt dann da, die Stehende zieht gerade, und da hinten sitzt einer. Äh, äh, Brille, etwas dickeres Brillengestell, schwarz, graue Haare, ja, so wie ich, ne, vielleicht ein bisschen melierter, Salz und Pfeffer, hä, äh, und dann bis hierhin so, ne, würde ich so sagen, ja. Äh, äh, zu, fast schon unheimlich, so steht es als Überschrift. Zuschauer entdeckten gruseliges Detail bei Claudia Obert, ich, wie gesagt, ich kenne sie nicht. Ihre Max auf diesem Foto, und ihre Max auf diesem Foto siehst du es auch. Ja, du hast zwei Ohrringe, ja, nicht. Für zwei Augen, ja, auch. Augenbrauen sind auch an der richtigen Stelle. Der Mund, ganz normal. Könnte Mutter und Sohn sein. Vielleicht ist es auch ein Pärchen, ja, also, äh, obwohl, wie gesagt, bei einer Partnerschaft und das Alter, äh, äh, da mische ich mich nicht ein, weil ich auch etwas Freifahrer bin, wie, äh, Niki und Küken. So, aber, ähm, weißt du, und dann, oder, oh, der hat eine Hand. Und, ich würde sagen, die Hand, nee, das ist ja ihre Hand, weil er hat jetzt so eine Hand auf der Schulter, siehst du mal so die Fingerspitzen. Ja, aber, äh, also, ich habe dann dazu geschrieben, äh, ich sehe im Hintergrund Heinz-Rudolf Kunze, aber der ist nicht gruselig, ne? Ja, also, der Mann mit der Brille, der da im Hintergrund, hinter der Schulter, wo ich sagte, ne? Das könnte Heinz-Rudolf Kunze sein. Das habe ich jetzt da reingeschrieben. Hat sich noch keiner, wenn wir, ich habe mir das Gefühl, wenn ich was sage, dann ist das, das ist die Geschichte Ende. Dann schreibt dann keiner mehr. Ich schreibe dann irgendwas da rein, ja, hier zum Beispiel, äh, von Anfang an Oma und Enkel oder Mutter und Sohn, fragt einer wohl, ne? Äh, Inzest-Rules, also, äh, Max und Moritz. Ja, manche Sachen finde ich ja ein bisschen so unter der Gürtellinie und das muss nicht sein, ne? Man kann jetzt da wohl, ja, ja, aber so ist das, nehmen wir euch da. Also, dann guckst du da so durch, dann hast du so ein oder zwei Spiele, das eine spielst du immer sehr schnell, also hier dieses Elben da, äh, ist ganz ulkig, aber da ist immer so schnell erledigt, da kannst du nicht so viel machen. So, was halt, was wolltest du denn jetzt hier, ach so, ich muss den Nachbarschaft helfen. Äh, dann Relikte sammeln, Gemüsekörbe brauche ich noch einen, habe ich. Wunderprächtig, so, dann ist das dann damit erledigt. Ach, komm. Ach, ja, Leute, vier Tage ist das Spiel noch. Ach. Also, ich mache jetzt hier nicht gerade was kaputt, sondern, das sind die Geräusche in dem Spiel, das macht Elben, na, so, ne? Ich kann da nichts für. Drei Stunden, äh, äh, ach komm, das waren nur noch elf Stunden, neun Stunden. Äh, also, der, mhm, den muss ich haben. Ach, ja. Ja, und so verläuft dann so der ganze Tag, ne? Ich habe dann so halt meine Spieltjes, damit kann ich mich so ein bisschen, wenn ich so, wenn ich mich mal nicht gut fühle, kann ich mich so gedanklich runterbringen. Weil, wie gesagt, ähm, so ein Herzkasper, der ist zwar 20 Jahre her, Leute, ja? Ja, aber, ich glaube mal ja nicht, dass das so einfach ist. Ja, ich war ein Kerl von Mann, also, äh, mich hat Arbeit überhaupt nicht gejuckt. Ich habe mich überall, überall reingekniet und gemacht und getan, ja? Ja, ich weiß, ich rauche, wie kann ich rauchen, wenn ich doch Herz und so, ja, ja. Äh, ich habe auch mal fünf Jahre lang aufgehört, war auch ganz gut. Wichtig für mich oder, ja, zumindest die Erfahrung, keine Scheißerfahrung, brauchst du wirklich nicht, weil das, ähm, das nervt. Also, nicht rauchen, boah, ich habe zugenommen ohne Ende, ja? Ja, das siehst du immer noch. Ja, teilweise war es auch mein Kampfgewicht, ja, ähm, wenn man das so, das Gewicht so braucht, für die Arbeit oder was, na, dann, äh, warst du froh, dass du gleich von Anfang an immer so ausgesehen hast. Na, und, naja. So, gleich bin ich auch hier fertig, dann können wir uns wieder wo andere schöne Sachen unterhalten. Ähm, ich glaube, das reicht. Ist da noch was? Ne, das ist gut, das ist gut. Äh, naja. So, dann gucken wir nach Post. Ähm, zurück. Äh, ihr Paket ist da. Äh, hä? Wo? Du hast Nachricht von Amazone. Äh, mein Paket ist da? Gar nicht. Ne, ich habe nur so einen, so einen, so einen Kleiderschrank bestellt. Wir haben im Keller eine Waschküche, also, ja, die Waschmaschine stehen. Das haben ja auch viele, ne? Äh, hä, 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 mal gucken, wann er kommen soll. Bestimmt aufgegeben, ne. Schlafzimmer, Ei, Ankleidezimmer, äh, Versanddatum, wo steht denn das jetzt? Wir haben ihr Paket erfolgreich zugestellt, also? Hä? Äh, achso, kommt heute. Guten Tag, Sendung, stelle mir. Wo ist denn das? Empfänger, ich. Klimaneutral. Äh? Nö. Da ist kein Paket. Das ist es, das ist es wieder. Jetzt gehe ich raus gucken. Jetzt gucke ich mich das an, wo das Paket bleiben soll. Aber das interessiert mich jetzt wieder. Cody, äh, Cody, nein, du musst hier von der Treppe weg. Ah, das ist jetzt nicht wahr, ne? Da ist er. Da ist er. Oh, tatsächlich angekommen. Oh, das ist gar nicht mal so schwer. Deswegen spielt ihr hier bekloppt. So, die Katzen haben jetzt so ein bisschen doof gestimmt. Äh, ja, hier könnt ihr gucken. Ich sammle so Eiderkartons. Nein, also nicht für mich. Äh, nein, ich gebe die Eierkartons dann immer wieder den Eierbauern zurück. Ja, der freut sich. Ja, weil die scheiß Kartons, die kosten nämlich richtig Kohle. Ich glaube 20 Cent oder was, ein so ein Ding. Und, äh, ich muss mich da nur schön positionieren. Äh, die kosten nämlich 20 Cent oder so, ein so ein Karton. Und, das muss nicht sein, äh, wenn ich dem damit helfen kann. Der hat nicht angebimmelt, nicht angekloppt. Also, wir haben nur eine Klopfe. So wie früher im Mittelalter, ne, bei den Andertaler, äh, so ein Löwenkopf. Und dann muss man so gegenkloppen, gegen die Tür, ne. Ja, ein Postboten, der meint das immer ganz genau. Der klopft da nicht so einmal, klopf, 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 oder so, ne. Nein, klopf, 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 klopf. Also, wenn du da direkt neben der Tür stehst, vielleicht gerade vorbeiläufst, ja, das könnte der letzte Gang gewesen sein, ne. So laut ist das. Also, so macht der das, ne. Ja, auf jeden Fall ist das Paket da. Das ist so ein Kleiderschrank, so ein, aus, so ein Stoff, den man so, so, mit so ein paar Rohre, Pieks, Küche drüber, ja, fertig, hieß das Dingin. Ähm, das kommt dann im, im Waschkeller, weil, äh, wir mussten einen, einen Kleiderschrank aus dem Schlafzimmer entfernen, ähm, Küken hat dadurch ein bisschen mehr Platz mit ihrem Bett, äh, und zwischen den Betten ist dann halt, hieß es noch, ein Gehweg frei, ne. Ja. Ja, und der war auch, äh, der war auch kaputt, der mussten wir ein bisschen, der mussten wir schnell entsorgen, weil, es hat nicht mehr lange, es wollte auch nicht mehr lange halten. Ja, äh, das kann eigentlich jetzt weg, ist zu. Ähm, ja, und da habe ich, äh, gesagt, komm, raus damit, weg damit, brauche ich, ja. Ja, ist auch weg, Gott sei Dank. Und, jetzt haben wir, und das kann dann im Keller, und da können wir dann Wintersachen, Sommersachen, und da können wir halt immer austauschen, da kann man auch Handtücher, so rein stapeln, noch, und da ist so ein Doppelten, so ein Doppelten, so ein Doppelten, so groß, also Meter 50 oder 70 oder irgendwas breit. Und, ähm, ähm, das ist, äh, ausreichend dann für uns, ja. Sind Sie bereit für mehr Chancen? Äh, Postbox-Mitteilung. Aha, hm, 13 Uhr, jetzt stimmt, zwischen 13.40 Uhr und 14.40. Aber, ne, da könntest du mal sehen, ich war gerade, ich war gerade, wo ich mit euch hoch bin, habe ich doch gerade noch aus der Tür geguckt, oder? Da stand nix, jetzt stand das da. Ihr wart dabei, ihr habt keinen Bimmeln oder Kloppen gehört, ne? Ach ja. Zustellung. Zugestellt. Aber da kommt ja heute noch ein bisschen was, ne? Niki hat sich auch bestellt, seine Stiefel. Äh, ja, Soller, das ist gut und wichtig, wenn er warme Füße hat, ne, er friert ganz gerne mal. Morgen. Ja, ja, ich war im Schlaf, ja, ja, du mich auch. Ach, deswegen schaltet man doch das auf, wenn ich, wenn ich am Computer einschlafe, ne, dann schalte ich nicht noch aus, wenn ich am Schlafen bin. So, mal gucken, ich hatte ja gestern einen Film reingemacht, ne? Oder gestern reingetan, und damit ihr den heute sehen könnt, äh, der von gestern, äh, Glückaufstulle, also Brot mit Ei und allerlei, äh, hatte 101 Aufrufe gehabt, laut meiner Rechnung hier. Und, ach, mag ich Bewertung und ein Kommentar. Dann hab ich hier noch die genaueren Daten von, ne, das ist immer noch der Eier, Eiertanz, Inhalt des Kanals, ne, so rum. Ja, so, so wird's was. Beinchen von Pute und kleine Töffelküß. So, ach, das ist wieder ein Kommentar. Da bist du ja wieder, hey Teddy, ich meckere doch gar nicht, ich stupse dich nur manchmal ein bisschen an. Darfst du ruhig, Kathi, mach du ruhig. Ich musste heute nur Kartoffeln kochen und Paprikaschoten warm machen, habe in letzter Nacht schon, äh, habe, äh, hab ich schon letzte Nacht gekocht. Äh, kein Stress heute Mittag, nachher noch einkaufen und dann ist gut, äh, bin heute faul. Äh, ja, kochen und, also zumindest Essen da warm machen für die Family und einkaufen, das ist schon Arbeit, das ist schon, da ist schon, da ist schon, da ist schon, da ist schon, ja. Ja, äh, kriegst du mein Herz, ein Herz kriegt das oft von mir und einen Daumen hoch. Ähm, ja, ich filme gerade, wie ich dir schreibe. Ich könnte also, nee, Quatsch, was mache ich denn da? Jetzt nochmal. Ja, ich filme gerade, wie ich dir schreibe. Kannst du nachher schauen. Ja, äh, finde ich ganz lustig, weil dieses, äh, ja, ich schreibe dir gerade in dem Du, das aber auch siehst, ne? Ha, finde ich, äh, ist, ist eine ulkige Situation, finde ich. Kaffee, Stößchen. Hm. Ah, äh, 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 delikat, delikat. Ja, ähm, und, äh, was könnte ich denn noch schreiben? Bin heute faul. Faul bin ich immer. Faul bin ich immer. Besonders, wenn ich alleine machen muss und keiner hilft. Ja, ist doch so. Ja, macht das doch mal. Ja, wenn ihr, ähm, äh, keiner merkt, wie du machst, aber weh, du kannst nicht mehr machen, dann wundern sie sich. Oh, oh, kein Kaffee fertig, keine Bütterchen geschmiert, es riecht hier nicht nach Gekochtes. Oh, mein Partner ist tot oder so ähnlich. Ja, oder derjenige, der das immer gemacht hat oder steht nicht im Krankenhaus oder in Kur oder Urlaub oder sonstig was, ne? Ähm, muss ja nicht tot sein, um Gottes Willen. Äh, ja, weißt du, was ich meine? Ja? Dann bist du erst wichtig, dann fällt das auf, dass du nicht da bist oder dass du mal nicht kannst. Und deswegen zwischendurch mal faul sein. Einfach mal sagen, weißt du was, du hilfst nicht, ich setze mich jetzt hier hin und streike. Mach doch einfach mal einen kleinen Sitzstreik. Du musst dich ja, du musst dich ja nicht am Sofa festkleben, ne? Wie die Bekloppten. Wie die Zombies. Zombies, hab ich ja gesagt, das sind ja Zombies. Ja, die kriegen ja einige Leute, äh, so, du musst jetzt ganz komisch gucken, wenn sie dich wegtragen und nicht schreien, nix sagen, nicht wehren, nicht zurückhauen, ja? Äh, und das haltet bitte bei, nein, das haltet bei, bitte, das kennen die ja gar nicht, die sind ja, glaube ich, beschränkt. Ja, mit Zombies redet man ja nicht so. Ja, ähm, haltet das bei, ja, Zombies. So, benehmt euch wie Zombies und dann ist das in Ordnung. Ah, äh, also nicht die Zombies, die angreifen. Oder die rennen denn Zombies. Uh, da hab ich, die mag ich nicht so. Ja, aber, äh, sind wir doch ehrlich. Ist nicht eigentlich beleuchtet oder reicht euch das nicht? So, jetzt ein bisschen mehr, ne? Ha, 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 den Mann ins rechte Licht rücken. Ja, aber, weißt du, äh, oder was? Ja, ja, das sind ja so richtig Zombies. Das sind ja richtig, die anderen Zombies im TV oder in den amerikanischen oder mexikanischen Filmen da, so Zombies. Ach, pff, pille, palle, vor die musst du Angst haben, weil die sind richtig gefährlich. Ja, die bremsen nämlich Autos aus. Die beißen nicht ins Auto rein und reißen da ein Stück Kotflügel raus. Ne, die halten das Auto einfach an. Und du kommst nicht zur Arbeit oder, oder, äh, der sagt, der kommt nicht früh genug zur Beerdigung. Oder, ähm, der Schwerverletzte, ja, oder der mit dem, gerade mit dem Herzkasper, der kommt nicht schnell hoch ins Krankenhaus. Die sind gefährlich, die Jungs, Mädels. Ja, ja, und dann wollen die auch noch gegendert werden. Eingegattert gehörten die. Eingegattert. So, jetzt geh ich nochmal so ein bisschen durchgucken, ob ich da irgendwo Post hab. Achso, ich muss ja hier noch den Brief wegschicken. Ja, ich filme gerade, wie ich dir schreibe, kannst du nachher schauen. Äh, faul bin ich immer besonders, wenn ich alleine machen muss und keiner hilft. Ja, ja, ist, ist, ist leider so, ne. Herzchen und Daumen hoch. Ja, ich schreibe immer, wenn ihr auch schreiben wollt, ne, und ihr wollt mal ein Herzchen von mir haben, ja, und ein Daumen hoch oder so, das mache ich euch, ne. Wenn ihr nett schreibt, antworte ich auch. Wenn ihr böse schreibt, ja, dann lasse ich das so im Raum stehen. Ja, und wenn ihr nicht ganz böse ist, also menschenfeindlich, menschenverachtend oder sonstiges, äh, dann lösche ich das auch. Und ich bin auch dann, je nachdem, wie es eingestellt ist oder wie das, äh, formuliert wird, äh, bin ich dann auch bereit, das gerne zu melden. Wenn ihr Lieben mir schreibt, ja, warum soll ich denn sowas melden? Da freue ich mich, da habe ich richtig Spaß. Ja, und denkt dran, ja, ich brauche Themen. Ich brauche einfach mal Themen, ja, wo man drüber reden kann. Und wenn ich das auch nur kurz anreiße, weil da nicht so viel drüber zu reden gibt, ja, äh, schauen wir mal. So, jetzt schicke ich das weg. So, ja, jetzt gucke ich hier nochmal, aha, Beinchen von, achso, das ist mein E-Mail-Kontakt da. Ja, Geld brauche ich nicht gucken, Buchungsstatus. Ja, also, wir machen zum Beispiel, ähm, Nummer und Name, zack, abfragen. Ähm, wir machen das so, wir buchen immer sehr früh, sehr früh. Manchmal ein ganzes Jahr sogar im Voraus. Wir haben jetzt noch 186, 195 Tage. Äh, 195 Tage haben wir jetzt noch, äh, bis zum Urlaub. Ist doch gut, ne? Ja, wer mit will, meldet euch mal, dann können wir uns da mal da treffen. Ähm, aber das ist nicht mein Hotel, äh, wenn ihr dann auch da seid und ihr sprecht mich an, dann, ha, dann können wir mal einen saufen an der allinklusive Bar. Ja, nein, aber, ähm, wir machen das so, wir gehen hin, wir buchen ganz früh und dann haben wir ja, wir müssen ja anzahlen, ne? Also, gewisse 10, 15, 20 Prozent Anzahlung. Äh, dann fangen wir erst zu rotieren und zu arbeiten mit deiner Buchung. Und, äh, da haben wir natürlich auch bezahlt, angezahlt. Ähm, Gesamtsumme mit vier Personen war 2.763 Euro. Äh, davon sind jetzt nur noch über 400. Und wir bezahlen nicht wie bei Neckymen hinterher, nach dem Urlaub, ja, abbezahlen in Raten. Nein, wir bezahlen das im Voraus. Ja, dann hast du mal im Mord 100 Euro oder 150 Euro, ja, ähm, der eine, der ist so reich, der kann, der kann, der ganze Summe 670 oder was das da war pro Person, ähm, kann er dann auf einmal hinlegen und überweist mir das. Ja, ich überweise das wieder hier zu dem Reisefretzen, ja, und, äh, dann, äh, zahlt man das im Voraus ab. Ja, verstehst du, ne? Ja, okay, ein Risiko ist, aber du hast ja eine Versicherung. Sollte das jetzt nicht hinhauen, ja, bekomme ich mein Geld zurück. Das ist ja hier, ist alles schriftlich niedergelegt. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sicherheitsgebühr, muss man dann auch bezahlen. Ja, und damit bist du raus aus dem Schneider, wenn die Firma mal bankrott geht. Also, das Thema könnt ihr euch ab von der Backe sputzen, das ist dann da raus. So, jetzt habe ich jetzt hier noch insgesamt 400, ähm, Tucket über. Äh, 100 Euro muss Küken noch. Wir müssen dann noch 300 Euro, also Niki und ich, jeder war jetzt 150. Ja, dann sind wir durch. Dann haben wir das Ding komplett bezahlt, könnten eigentlich schon die Papiere und übermorgen können wir schon abfliegen, wegsausen. Ja, das ist mir lieber wie hinterher bezahlen. Ja, aber hinterher so einen Urlaub abbezahlen, boah, da kommt man sich so komisch vor, ne, oder? In den Raten, in den Fahrrad und in den Auto kannst du in den Raten, in den Haus, da kann man in den Raten vielleicht abbezahlen, aber nicht Urlaub. Das ist so Luxus, das muss ich sagen. So, und dann noch ein Tipp. Ähm, du hast dein Freigepäck. Ja? Äh, Freigepäck. Freigepäck, 20 Kilo. Ich glaube, auf Schiffen ist das komplett egal. Da kannst du auch 60, 70, weil da hatten die auch früher diese riesen, äh, Kleiderschrankkoffer, ja, hast du so aufgeklappt, der stand da auf dem Boden, so hochkannend, und dann aufgehauen, boah, hast du die ganze Garderobe da drin gehabt, gebügelt, gefalten. Ja, mit Zärtungspapier dazwischen, ja, mit Zärtungspapier dazwischen, hat der Butler so ordentlich eingelegt, oder was, ja, war zumindest früher, also, ja, und, ähm, aber da hatten sie auch nichts davon, die Titanic ist auch untergegangen, und da war die Wäsche alles total mit Salzwasser voll, äh, doof, also, ne. Ja, ähm, ja, und dann, ne, wie gesagt, 20 Kilo hast du, wir nehmen aber so, ah, im Sommer nimmst du doch nicht viel mit, ja, dicke Jacken, Quatsch mit Soße, ja, die brauchst du vielleicht hier am Flughafen, ja, aber die kannst du ja als Bordgepäck kannst du dir anziehen, und dann hinterher verstauen, wenn es so warm wird, in der Kabine, ja, und, aber dann hast du so 8 Kilo vielleicht, 9, vielleicht 10 Kilo Wäsche, Unterwäsche, kannst du ja da alles kaufen, ja, das kostet doch ein Apfel und ein Ei, ja, auf diese Fake-Märkte, ja, du musst jetzt nicht die ganzen Markenartikel, diese angeblichen Markenartikel kaufen, das könnt ihr am Zoll hier, egal wo du aussteigst, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, oder sonst wo, am Flughafen ein bisschen Ärger geben, ähm, so, ähm, aber dann hast du doch noch 10 Kilo über im Koffer, ja, jeder hat dann einen Koffer, und dann geht, geh mal hin, der eine hat noch 8 Kilo Platz, bis er 20 Kilo erreicht, der eine hat noch 5 Kilo Platz, bis er seine 20 Kilo, so, 8 Kilo, 5 Kilo, ich hab noch 10 Kilo, ja, ähm, über Platz, ich nehm noch 10 Kilo, und dann packe ich das voll mit Katzenfutter, trockenen Katzenfutter, äh, kann natürlich sein, dass sie am Zoll sagen, äh, zeigen sie mal, was haben sie denn da, und wenn du dann sagst, Katzenfutter, ja, ich weiß nicht, Katzenessen, haha, das klingt so wahrscheinlich für die, die sagen, guck mich ganz grobisch erstmal an, aber dann rechnen sie zum, ah, Katzenfutter, die haben viele Katzen, ja, ja, ähm, so, und dann, ist das dann in Ordnung, da kommst du ganz so ohne weiteres durch, ja, ist keine Zollbestimmung drauf, ja, die haben da eigentlich auch Zollbestimmung auf Katzenfutter, aber die sind ja auch tierlieb da in dem Land, ne, also komischerweise, muss ich ehrlich sagen, Hunde und Katzen, also, die werden da ziemlich gut versorgt und gepflegt, ja, da sorgt man sich für die Kastration und Sterilisierung und, äh, das Füttern und das Einfangen, gucken, ob die gesund sind, ja, ähm, solche Sachen finde ich total in Ordnung, finde ich richtig gut, ja, in dem Land, und, äh, ja, äh, es macht Freude, ja, denn, äh, dann nimmst du das mit, wir haben da unseren Amit, ich werde da mal gucken, ob ich da den Link mit reinmachen kann, äh, ich vergesse das nämlich auch immer ganz gerne, Amit und, ähm, Sida Antalya Live, heißt das, glaube ich, den, seine Seite bei Facebook, ja, da könnt ihr euch anmelden, vielleicht könnt ihr euch auch schöne Grüße bestellen, ja, vom Teddy, äh, und, dass ihr gerne da mit dabei sein wollt, dann meldet ihr euch einfach da bei Facebook in so einer Gruppe, in seiner Gruppe an, der zwei oder drei Gruppen Cats and Gold, ja, da geht's nur um Katzen, ja, und er hat selber 60 Katzen, und dann privat, ne, in seiner Wohnung rumlaufen, ich meine, da hätte ich auch so ein bisschen Probleme, ne, also, ich meine, ich bin, mein Fünft bin ich ja schon, äh, nervlich am Ende, manchmal bin ich drüber her stolper, aber, äh, so die, ähm, ja, äh, das sind aber dann Menschen, die helfen den Tieren, die helfen den Katzen, und denen bringen wir dann gerne diese überschüssigen Platz im Koffer an Katzenfutter gefüllt mit, und dann kriegt er so manchmal so 15, 20 Kilo auf einen Schlag dann vor der Tür gestellt, er hat mächtig Spaß, wenn ihr zum Beispiel Medikamente habt, ja, die eure Katze nicht brauchen, und die sind noch nicht abgelaufen, ja, oder ihr habt ein Leckerchen, was eure Katze nicht mag, und ihr habt jetzt ein bisschen zu viel davon gekauft, ja, so ein, so ein, so ein, so ein, Riesenwust, ja, an Leckerchen, diese Dropse und Vitaminpilikus, ja, oder Malt, äh, äh, Tum, mit, 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 also mit Maltgefühl, ja, äh, die dürfen natürlich nicht jetzt, ähm, abgelaufen sein, das macht man nicht, man gibt Leute, netten Leute und dann könnt ihr nach Kümköy, das ist eine Ortschaft in Ziele, in der Nähe von Manavgat und da könnt ihr den dann bringen und der freut sich dann, hat dann richtig Spaß und man kann es sein, dass ihr dann auch auf ein Foto landet und dann zeigte das so, ja, die haben mich besucht und haben viel schön Leckerchen mitgebracht ist doch mal was Gutes, wenn man was Gutes tut, weil hier gibt es Katzen, aber die sind meistens auf jeden Fall immer gut versorgt, es sei denn, die ist mal vielleicht laufen gegangen und findet den Weg nicht mehr nach Hause oder man hat sie ausgesetzt, dann ist es natürlich gut, wenn man sich darum kümmert, kümmert sich um kranke Tiere, so richtig liebevoll, als wenn es ein eigenes Kind wäre und dann regelmäßig zum Tierarzt und versorgt und hier und da Vitamine und da kriegt es nochmal, ja, vielleicht beim Onkel Doktor eine Spritze oder so, ja, und das sind so Sachen, die finde ich richtig lieb und nett von ihm, ja, so was hat was, das ist so richtig was Gutes, ich finde es gut, ich finde es wirklich gut und dann, wie gesagt, dann nutzt doch den, und dann kannst du hinterher, ja, du siehst doch so tolle Sachen, ja, ich bin jetzt schon überlegt, so eine Bratpfanne mir da zu kaufen, weil die, die siehst du ja nicht, eine Bratpfanne, die ist nur so hoch, ja, ziemlich groß, ja, und da werden Hamsi, Hamsi, das sind kleine Sardinen, ja, also Heringe in kleinem Format, so kleine Fische, die sind gerade mal so, ja, und dann macht man, manchmal kriegst du die schön filetiert, dann ist nur noch das Spänzken dran und der Kopf ist ab und innen ist sauber gemacht worden, die legt man dann, die macht man erstmal mit Salz, Pfeffer dran, oder nach Belieben, dann kommt da Maismehl dran, dann wird das so schön verrührt, mit Maismehl, dass das Maismehl außen dran haften bleibt und dann legt man die wie so eine Sonne in dieser Pfanne eben aus und die Pfanne hat einen Deckel, ja, wenn ihr den da drauf macht, der ist ja viel zu klein, ne, also, wo passt das, ne, dann nimmt man den Deckel, die Pfanne, den Deckel und dann kippt man das erstmal in so eine Tasse oder so, das Fett, lässt man da so reinlaufen und dann kann man das so umdrehen, ja, und dann hat man die Pfanne wieder und dann hat man oben die gebräunte, ja, schon gegarte Fische, ne, und dann lässt man das einfach so wieder reinrutschen, ja, vom Deckel so, ja, darum ist der Deckel auch etwas kleiner. so, dann hast du hinterher auf dem Teller, wenn du so einen großen Teller hast, ja, so wie so eine Sonne, ne, geht man hin und nimmt sich einfach, da bricht man so ein bisschen ab, weil das Maismehl so ein bisschen haftet und so eine Pfanne möchte ich haben und noch so einige andere Sachen, ja, ich habe letztes Mal zu wenig, ja, da habe ich auch ein tolles Hemd gesehen, so ohne Marke, ja, ich muss nicht immer mit Marken haben, ja, diese Markenartikel, das ist ja zu 95% gefegt, jetzt leider, ihr geht in den, ähm, diese, ähm, diese große Maul rein, äh, das sind dann nur Originalwaren, die kosten aber auch so ziemlich original, aber trotzdem immer noch günstig, ne, ja, tolle Jeanshosen oder Jacken oder Schuhe, ja, das sind dann für Original, wenn da so auf den Bazar geht, ja, so ein Fake-Bazar in Manavgat oder Cedar, die Waren sind halt nicht alle echt, ja, die sind so ein bisschen, ja, gefegt eben, ne, ja, und dann sollte man auch nicht, gar nicht zu viel, oder wenn ihr was kauft, Schuhe zum Beispiel, nehmt die mit, geht mal ordentlich durch den Dreck, ja, dass da Sand und Dreck zwischenkommt, äh, dann interessiert den Zöllner das nicht mehr, zieht die T-Shirts an, stoppt die ungebügelt, ungefaltet, schön, äh, oder ohne Verpackung, vor allen Dingen in die Altwäsche rein, dann ist das auch weg, aber, die Ideen habt ihr nicht von mir, ne, ähm, ja, ich gehe zum Beispiel ganz gerne hin, ja, ich meine, so für eine Flasche Racki, brauche ich ungefähr ein Jahr, also von einem Urlaub bis zum nächsten, dann ist die ungefähr wieder leer, und meistens, dann trinken wir, wenn wir ein bisschen, oh, morgen ist Flieger ab, Urlaub, dann machen wir die Flaschen leer, dann ist dann so Racki, und Racki ist gut, das ist ein Anis, also ein Kümmelgewächs, Anis, ne, ähm, und Kümmel ist ja gut für den Magen, da kannst du immer so richtig fettig essen, und dann trinkst du vorher ein Racki, und hinterher ein Racki, ja, mit Wasser oder, oder pur, ja, der Deutsche ist manchmal so dumm, und trinkt das pur, ähm, ich auch, ja, ich ziehe mich auch zu dem Dumm, ja, aber, ähm, dann könnte das so, ja, so vor und nach, oh, lecker, herrlich, oh, ist das gut, ja, ich liebe Türkei, ne, Türkei ist, oh, superklasse, muss ich nur aufpassen, ich muss, ich muss gleich dann den, den Link reinmachen, Oxan Bezik, wie gesagt, das ist, äh, ja, eine Transgender-Geschichte, beziehungsweise, äh, Oxan, ähm, nennt sie sich auch, das ist auch in Istanbul, ein Stadtteil Oxan, und, äh, sie zeigt so auch von ihr ganz normalen Leben, so wie ich, so wie wir hier uns zeigen, ja, und, das ist nicht anders, ja, von da habe ich mir auch so ein bisschen was abgeschaut, äh, und ich werde auch ewig ihr Fan bleiben, ja, weil sie viele Dummheiten macht, und manchmal sind sie, also er sie, ja, er sie, nein, äh, ich weiß, ich, alles verstehe ich auch nicht, äh, Schäcker, also Zucker, auch deutsch, äh, ist ihr Partnerin, glaube ich, so wie das richtig zusammenhängt, das weiß ich gar nicht, ähm, und macht jetzt gerade eine Therapie, so, ich kann aber nichts damit anfangen, ja, was ist in dem Fall, bei einer, ich glaube, Geschlechtsumwandlung, äh, 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 die Therapie, ja, ist das, äh, psychologisch, ja, ist es operativ, ja, von Mann zu Frau, äh, so die Umwandlung, ja, ist es, ähm, ähm, Psychotherapie, ähm, ja, Hormonbehandlung, äh, du musst ja, du lernst dann auch, äh, sprechen, äh, weiblich sprechen, und, äh, ja, solche Sachen, ja, und alles leider verstehe ich nicht, und dann bin ich ein bisschen traurig, und dann versuche ich, äh, was meint ihr jetzt damit, ja, ja, also, ich gucke mal, dass ich die Links damit reinpacke, und ihr könnt euch das mal anschauen, einfach mal so, ihr müsst ja nicht abonnieren, ansonsten, wenn ihr abonniert, bestellt ihr mal einen schönen Gruß, ne, von Küchentalk und Kaffeeklatsch, ja, und, mal gucken, vielleicht reagiert sie ja mal drauf, ne, ich, ich mag sie, also, ich habe aber schon ein paar Mal geschrieben, nur, äh, sie hat so viel Post, und so viel E-Mails, äh, äh, da sind beispielsweise ein paar Tausend, die dann so am Tag, äh, ihre Sendung dann schauen, na, da wäre ich schon ganz stolz mit sowas, ne, so ein paar Tausend, äh, Zuschauer, das, äh, ich glaube, das wäre schon Hammer, also, da wäre ich schon sehr glücklich mit, ich muss mal jetzt hier gerade nochmal gucken, ach ja, Heinz-Rudolf-Kunze, ich habe mir den nochmal glatt nochmal aufgerufen, und ich wollte nochmal gucken, ob der dann wirklich so aussieht von der Seite, ne, huhu, achso, ja, das war Kati noch, neun Aufrufe, ich bin momentan bei 111 Schnapssaat, Prost, ich trinke gar nicht, wie gesagt, ich brauche für eine Flasche Raki, brauche ich über ein Jahr bald, ja, bis die leer ist, also, ich trinke ganz wenig Alkohol, und, und, ich brauche es nicht, ähm, ja, du bist ein echter Spaßvogel, du bist ein echter Spaßvogel, schreibt Barry Long, äh, ja, wenn Onkel Otto so ein Dierabend macht, ist das schon sehr langweilig, aber Türkei ist immer schön, ich muss mal mitkommen, äh, alleine ist es doch wieder langweilig, ja, stimmt allerdings, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, ähm, dann hast du ein bisschen, äh, natürlich Spaß, also, und hier schreibt, aber das ist schon etwas älteren Datums, ich habe ihr leider, äh, mal gesagt, was ist leider, ist halt so, manchmal kannst du nicht antworten, oder das wird zu viel, äh, hast du im Hintergrund da rote Linsen, was machst du damit, ich habe sie, äh, mir auch mal gekauft, wollte Salat davon machen, habe aber keine Idee, so, jetzt habe ich genug Anregungen gegeben, äh, mach was draus, Steady, womit filmst du eigentlich Handy oder Kamera, ja, erstmal ist das Handy, im Moment ist es Handy, ich bin, bin am Überlegen, so ein, so ein Gimbal, so ein Griff da, und wo die Kamera sich dann immer so selbst einstellt, je nachdem, wie man dazu hält, ne, äh, wollte ich machen, und, äh, Gesundheit, ne, hä, ja, da sind so die Fertigantworten, nein, aber, ähm, nein, das ist Handy, ganz klar, äh, im Moment zumindest noch, mh, ja, und das sind rote Linsen, äh, das Problem ist, es gibt nur eine Linsensorte, genau wie, äh, eine in, in, in Europa, beziehungsweise in Deutschland nur eine Banane gibt, ja, es gibt nur eine einzige Banane, ähm, die, äh, ja, ja, und wir meinen immer, ja, da liegen jetzt drei, vier Bananen, es gibt zwei Bananen, einmal die Kochbanane, und einmal eine normale Essbanane, also sofort Essbanane, nicht kochen oder backen, ja, ähm, und das, äh, ja, nimmt die Bedeutung, ist dieselbe wie die teure, mit dem blauen Etikett, ja, wie gesagt, rote Linsen, auch nur eine Sorte, äh, das sind, dann werden die halt mehr geschält, ja, da ist eine Schale drum, und so ein innerer Kern, und äußerer Kern, und, ja, äh, die gelbe Linsen gibt es hier auch, oder halt, äh, aus dem voll, aus der vollen Linsen, so wie bei Vollkornbrot, ja, wenn man aus dem vollen Korn das Brot backt, oder Mehl macht, ähm, kann man das da so auch so sehen, Linsen sind allgemein sehr gesund, ja, ähm, und aus Linsen kann man so richtig viel gute Sachen machen, wenn ihr zum Beispiel Besuch bekommt, und ihr habt nur ein Kilo gehacktes, ja, ihr bräuchtet aber zwei Kilo, ja, dann macht eine Dose Linsen auf, ja, diese Dosen, ja, die mit, äh, ja, mit so ein bisschen Suppengrün, da sind ein paar Möhrenstippis drin, ähm, macht die auf, ja, äh, Durchschlag abtropfen lassen, ja, und dann mit dem gehacktes, und dann, und dann Dellen machen, und rennen in die Pfanne, und lecker, lecker, fräkert Delle, ja, also, naja, also, die schreibt ja unwahrscheinlich viel, äh, also, das ist ganz alt, äh, IP klappt nicht, mein Gott, vor acht Jahren, ja, ich hab schon ziemlich früh damit angefangen, äh, welches Texturpaket ist das, seit neun Jahren, ja, das ist aber hier von Minecraft, ne, und, das hab ich früh angefangen, äh, mit Minecraft, und dann Filme hier auch hochzuladen, äh, weil wir letztendlich dann dadurch auch, versucht haben, neue Spieler zu, bekommen, ne, so, jetzt will ich aber Schluss machen, ich bin ja schon bald bei zwei Stunden, Kati, jetzt hast du mal ganz viel von mir wieder gehört, und gesehen, ähm, ich werde, na, wann mach ich den Film rein, wenn ich den heute reinmache, ist der andere Film, den ich gestern gemacht hab, der heute auch gesendet worden ist, ab zwölf Uhr, ich mach immer so ungefähr zwölf, oder ein Uhr, je nachdem, äh, kann ich ja die Zeit vorgeben, wann ich den, wann der veröffentlicht wird, wann ihr den dann sehen könnt, so, und ich hab jetzt, ähm, gut, ne, sieht gut aus, ne, oder der hier, lustig, oder der, ab und Daumen, da, da ist er, äh, ähm, ja, so, jetzt reicht es aber, ne, oder, fast zwei Stunden, komm ich ja da, ja, das ist auch ein Problem, wenn ich das hochladen muss, äh, das braucht unendlich lange Zeit, ich muss den Film erst von, vom Handy, auf den Computer, vom Computer, muss ich den in ein, äh, Video Bearbeitungsprogramm eingeben, und von da aus kann ich ihn dann endlich irgendwann mal bei YouTube eingeben, sondern das bedarf aber alles eine lange Laufzeit, also, ich muss da unwahrscheinlich lange, ich werde wahrscheinlich den Film heute Abend um 18 Uhr oder so, eventuell, wie haben wir jetzt, ja, viertel nach drei haben wir jetzt, also Mittagszeit, das seht ihr hier, ne, ne, an dem Sonnenlicht hier, oder, na, ist grau und bewölkt, aber, ihr seht das für tagsüber, äh, das sind dann mindestens nochmal drei Stunden jetzt, die ich jetzt noch an dem Film jetzt hier bearbeiten muss, also, das ist doch einen Daumen hoch wert, oder, macht diesen, macht Abo, ähm, äh, wie gesagt, Abo kostet gar nichts, also nicht, dass ihr meint, ihr müsst jetzt eine Zeitung mir abkaufen oder so, äh, das ist damit nicht gemeint, Abo ist nur, dann bekommt ihr regelmäßig, ja, eine Nachricht, oh, das wäre ein neuer Film raus, von Küchentalk und Kaffeeklatsch, tack, ich kann gucken, ja, ähm, so, damit sind wir erstmal raus, ich wünsche euch was, schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart, äh, Küchentalk und Kaffeeklatsch ist erstmal raus, muss für heute, ja, und morgen, wie gesagt, ich habe da noch einen Film vor, ja, der ist aber dann nicht lustig, äh, das ist mehr so von der ernsten Seite, ähm, es geht über mich, persönlich, ja, und einem Erlebnis, ja, ähm, ähm, ja, und zwar, ja, es ist ein, ein, damals passiert mit meinem Herzinfarkt, ja, ich hätte einen bösen Myokard-Herzinfarkt, und es ist, äh, wenn ich sage Erlebnis, ja, dann kommen noch zwei Wörter dazu, Na, also Na, Tod, Na-Tod-Erlebnis, äh, so eine Erfahrung gemacht, äh, ziemlich spannend, und, ähm, wenn ich das so mit anderen Berichten vergleiche, auch sehr identisch, ne, also, viele, äh, haben dann dieselben Erlebnisse, aber davon später, ne, jetzt ist es erstmal gut, ich will euch jetzt nicht belästigen und belasten, ja, ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen lachen können, oder schmunzeln können zumindest, ja, und, äh, das ist, wie gesagt, ein anderes Thema, und das ist ein Thema, ja, so Küchentalk und Kaffeeklatsch-Thema, ähm, manchmal muss man sich so ein bisschen loslösen, ja, ähm, wenn man darüber nicht so, manchmal muss man darüber reden, reden können, ja, dann geht es einem anschließend auch wieder besser, ne, kennt ihr auch, ja, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, ja, und ihr könnt euch besser, ja, ihr habt was angestellt, was kaputt, oder ihr habt mal vielleicht eine Lüge gebraucht, oder so, und, eurem Vater sagt, du, pass mal auf, ja, hm, da war eine Lüge, und, ich finde das ganz doof von mir, danach geht es euch besser, glaubt es mir, immer ehrlich sein, nicht lügen, und, äh, keine dummen Sachen erzählen, weil das braucht nicht, ich muss ja eben gerade mein Hörgerät polieren, da ist so viel Augenschmalz dran, so, ah, jetzt kann ich euch wieder viel besser sehen, so, ja, gut, dann sage ich jetzt mal, tschüss, macht gut, bis später beim Eater, ja, Glück auf, und haltet die Ohren steif, und den Rest auch, und kennt ihr ja, ne, tschüssi, schaut auch mal, ach so, schaut auch mal unsere anderen Filme an, auch wichtig, interessant, so, jetzt bin ich mal raus, Glück auf,